Hallo und herzlich willkommen bei Edgar Wallace, Seine Nachbarn, dem Podcast, wo wir die Edgar-Wallace-Filme aus der Realtor-Serie besprechen. Ich bin Mats und dabei sind, wie ihr das mittlerweile kennt, Fabian, Servus und Silvia. Moin, muss ich jetzt sagen, oder? Ja. Du heißt Silvia, das steht doch auf deinem Personalausweis. Richtig, ja, genau. Ich war nur verwirrt, warum du jetzt Servus sagst, obwohl das ja eher bei mir eigentlich ist, aber... Tja, Verwirrung. Du hast aber Hallo sagen, Silvia. Hallo. Wir haben uns heute zusammengesetzt, um über die toten Augen von London zu sprechen. Kurz zur Erinnerung, wir haben in der letzten Folge über den Gorilla von Soho gesprochen und weil der Gorilla von Soho ja ein Remake des heutigen Films ist, haben wir einfach gesagt, wir setzen den Zufallsgenerator mal aus und sprechen dann über die toten Augen von London. Passt ja in gewisser Weise auch trotzdem, weil es ja ein schwarz-weiß Film ist. Wir haben es ja im Vorgespräch schon festgestellt, es ist heute die erste Folge unter Alkoholeinfluss, ist auch die erste Folge, die wir abends aufnehmen. Ich bin gespannt, wo das hinführt. Ach, Kinder, was ist das denn schon 5 Uhr morgens? Was habt ihr zu trinken? Ja, ich würde mal ganz klar sagen, bei mir gibt es einen längeren Gin mit Bitterlemon, zwei Scheiben Zitrone, drei Stücke Eiswürfel. Ja, bei mir steht ein Bamberger Rauchbier da. Das ist hier so eine Spezialität, hat ein bisschen so einen Schinkengeschmack oder so, aber ich finde es eigentlich ganz lecker. Von der Brauerei Spezial. Was zum Teufel ist ein Schinkenbier? Naja, nee, es ist halt geräuchert. Wobei ein Bekannter von mir, der aus Schleswig-Holstein kommt und nicht in diesem Podcast ist, meinte mal, dass der ihn irgendwie an Fisch erinnert, weil man irgendwie bei euch im Norden eher Fisch räuchert. Ich weiß es nicht. Ja klar, alle im Norden, das sind entweder Fischer oder Fischverkäufer. Ja, auf meinem Balkon steht auch die Räuchermaschine. Ja, natürlich. Also, ich trinke gerade einen Bushmilz-Whiskey und ich habe keine Ahnung, wie viele Jahre der alt ist oder so. Ich bin echt nicht so der Whiskey-Kenner, aber manchmal hole ich den raus. Was ist so, also bei Fabian weiß ich es ja, aber was ist so euer Lieblingsalkoholisches Getränk? Fabian, erzähl es nochmal allen. Gin. Punkt. Punkt. Aus. Was anderes trinke ich nicht. Also entweder gibt es halt zum Start ein Bierchen oder ich sage mal ein Flensburger Radler. Das beste Radler, was ich trinke, beziehungsweise was ich getrunken habe, ist immer noch ein Flensburger Radler und das bleibt auch dabei. Und dann gibt es halt ein Gin. Ja, da sind wir nicht großartig unterschiedlich. Also, ich starte auch meistens mit einem Bier und dann gibt es auch irgendwie einen Gin. Wobei, man muss ja auch sagen, das ist ja gar nicht mal so gewöhnlich, dass wir beide Gin ja tatsächlich ganz gerne mit dem Schweppes Russian Wildberry trinken und nicht klassisch mit Tonic oder so. Also, Silvia, was trinkst du am liebsten? Das hängt bei mir total von der Situation ab, aber ich bin schon eher in der Bierrichtung, aber da eher die dunklen Biere, also mit Pils und so kannst du mich wirklich jagen. Okay. Und mit Weizen auch absolut nicht mein Ding, aber irgendwie so ein, ja, eher in die dunkle, süßere, malzige Richtung. Das sind so meine Favorites. Aber gern auch mal ein Wein, wenn es irgendwie zur Situation passt oder, ja, Likör-Richtung irgendwie so. Also, hängt immer ein bisschen davon ab, welche, sage ich mal, Tageszeit ist, in welcher Umgebung bin ich, mit wem bin ich zusammen und ja. Ich würde sagen, wir vertagen die Diskussion über Alkohol dann aufs Nachgespräch, weil ich glaube, da kann man noch ganz, ganz viel drüber sprechen und gehen mal in die eigentliche Filme sprechen. Also, wie gesagt, es geht heute um die Toten Augen von London und wie gehabt starten wir mit ein paar Informationen rund um den Film und da ist Fabian natürlich unser Experte. Ah, ich fühle mich geehrt, danke. Also, ich habe dir das Buch zur Rate geführt von Joachim Kramp. Hallo, hier spricht Edgar Wallace. Und ich beginne damit, dass wir Anfang 1961 haben, da gab es eine Umverlegung der deutschen Realtor Filmproduktion, weil die war damals noch angesetzt in Frankfurt am Main. Und die sind umgezogen nach Hamburg, direkt auf das Gelände der Realtor Filmstudios, wo halt auch die Atelieraufnahmen für diesen Film gedreht wurden. Und zugleich wurde auch Horst Wendland befördert zum Mitgesellschaftler. Vorher war er nur Herstellungsleiter. Das heißt, den hat man erstmal befördert für, denke ich mal, die grandiose Arbeit der ersten Edgar Wallace-Filme. Des Weiteren, der erste Film für 1961 war eigentlich das Geheimste Game Narzissen, der wurde aber vertagt, da es mal wieder zur Nachbearbeitung kam beim Drehbuch. Dafür gab es aber in diesem Film eine nette Überraschung. Also, jetzt nicht, ich will jetzt nicht groß spoilern, aber Christopher Lee hat damit gespielt. Wirst du, glaube ich, für euch beide auch ein Begriff sein. Ja, ja, den kennt man schon. Gut. Gut, Herr der Ringe, Star Wars oder aus den frühen Horrorfilmen. Und somit hat man sich dann also entschieden für Die Toten Augen von London. Ich glaube, es hat auch ganz gut gepasst, da man ja den Film selber rund um Hamburg gedreht hat, beziehungsweise halt auch in diesem Atelier von der Realtor Filmstudios. Und es gab zu diesem Film auch tatsächlich, wie schon beim Gorilla von Soho, gibt es dort auch zwei, gab es dort auch zwei Drehbücher, zwei Drehbücher. Das heißt, wir haben wieder Egon Eis, der ja schon das Drehbuch verfasst hat für die, für den Film der Frosch mit der Maske. Und zeitgleich wurde auch der Werner Jörg Luddecke beauftragt, ein Drehbuch zu schreiben. Das Drehbuch von ihm wurde aber gar nicht genommen, beziehungsweise ist nicht akzeptiert worden. Wir haben auch Neubesetzungen, beziehungsweise auch jemanden Neues, der in der Regie zutätigt ist. Das ist Alfred Feuerer. Der feiert auch mit diesem Film grandiosen Erfolg und schenkte uns insgesamt mit diesem Film noch 13 weitere Edgabolle-Streifen. Warum er Regisseur wurde, ist einfach darauf hinzuführen, dass die beiden anderen Regisseure, also Harald Reinl und Jürgen Roland, nicht zur Verfügung standen und Horst Wendert schlug kurzfristig den Alfred vor. Hat er auch gut gemacht. Ich meine, das ist ja der ikonische Regisseur der Edgar Wallace-Filme. Ja, wenn man von, was haben wir jetzt, 32 Realtob-Filmen, die basierend sind auf den Büchern von Edgar Wallace, hat der davon ja mehr als die Hälfte umgesetzt. Ein Drittel sogar. Es war nicht ganz die Hälfte, aber ein Drittel. Wir haben auch bei den Schauspielern Neubesetzungen, kommen aber gleich darauf zu sprechen. Was ich noch zu Alfred Feuerer sagen möchte, ist, der hatte tatsächlich nur einen Arm. Also der hat im Krieg den rechten Arm verloren, wollte eigentlich Schauspieler werden aufgrund seiner Verletzungen, hat das dafür nicht mehr gereicht. Somit wurde er halt dann im Hintergrund aktiv, beziehungsweise sonst auch vor Mikro. Was wir auch in diesem Film zu hören bekommen. Also Alfred Feuerer spricht diverse Stimmen in diesem Film. Ah ja, das wusste ich noch gar nicht. Sei es jetzt, ich sag mal, beim Telefonat, bei einigen Telefonaten, oder auch in der Szene, wo der blinde Jack im Transporter sitzt und er sich mit seinem, sein Herrchen unterhält, sag ich das mal so. Das ist auch die Stimme von Alfred Feuerer. Ja, das ist ja auch so ein beliebter Kniff, dass man eben nicht weiß, wer dann im Endeffekt der Täter ist. Dafür wurde dann eben die Stimme ersetzt, obwohl natürlich der Schauspieler, also der eigentliche Schauspieler sitzt da, aber wurde quasi neu synchronisiert, damit eben der Zuschauer nicht sofort weiß, wer denn da spricht. Drehbuch, Triff, Triff gelassen. Egon Eiswieder, habe ich ja schon erwähnt gehabt. Dialogbearbeitung vom Schauspieler, also von Wolfgang Lutschki. Lutschi. Wolfgang Lutschi, der in diesem Film den Stephen Judge spielt. Der hat ein bisschen mitgeholfen. Ja, und was noch gar nicht erwähnt wurde, der ganze Film basiert ja auf einem Buch von Edgar Wallace, das 1924 von ihm veröffentlicht wurde unter The Dark Eyes of London und dann eben in der deutschen Übersetzung 1929 dann die dunklen, äh, die toten Augen von London. Eben nicht die dunklen, sondern die toten Augen, was ich auch eine interessante Übersetzung finde. Ja, da hat man da nochmal einen draufgesetzt in den Deutschen. Ja, wobei ich eigentlich dunkle passender finde, weil die sind ja nicht tot. Boah, Geschmackssachen. Also ich finde, die toten Augen fand ich reißerischer als die dunklen Augen. Das stimmt, ja. Und übrigens 1982 wurde das Buch auch noch in Blindenschrift übersetzt oder, ich weiß nicht, sagt man da dann übersetzt? Also auf jeden Fall ist es in Blindenschrift auch noch erschienen, was ja bei diesem Inhalt auch sehr passend dann ist. Wollen wir mal auf die Schauspielerinnen und Schauspieler zu sprechen kommen. Da gibt es ja ein paar, über die wir schon gesprochen haben, aber auch einige, die bisher noch nicht bei uns erwähnt wurden. Ja, also wer zum ersten Mal und dann auch noch sehr oft weiterhin erscheinen wird, ist Klaus Kinski als Edgar Strauss. Ja. Das ist jetzt sein erster Film, sein erster Rialto-Film und das, obwohl er nie Schauspielunterricht zum Beispiel hatte, was ich ganz spannend finde und was man ihm jetzt so nicht anmerken würde, dass er sein Handwerk quasi gar nicht gelernt hat. Nee, gar nicht. Klaus Kinski ist ja auch eine Ikone des deutschen Films, der ja durchaus kontrovers gehandelt wird. Wobei Klaus Kinski hatte schon Bührungspunkte mit einem Edgar Wallace-Streifen. Der hat nämlich in Der Rächer mitgespielt von 1960. Ja, was aber eben kein Rialto-Film war deshalb. Nein, aber halt ein Edgar Wallace. Richtig. Auch mit das erste Mal am Start ist Karin Ball als Nora Ward bzw. Eleanor Finlay und Anne Savo. Wobei ich sagen muss, als ich sie das erste Mal gehört habe oder sprechen gehört habe in dem Film, dachte ich, die kommt irgendwie aus dem osteuropäischen Raum. Aber nö, die es finden. Ich dachte, die wäre irgendwie Niederländerin, Holländerin, wie heißt das? Ich dachte, die käme aus Holland. Nee, aber ist Finnen tatsächlich. Und ich habe auch noch nie eine Finnen oder einen Finnen Deutsch sprechen gehört. Deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt so einfach... Na doch, im Wintersport hört man das schon ab und zu mal. Ja, okay, habe ich noch nie gehört. Deswegen, Silvia, ist das Sprechen Finnen und Finnen einfach so mit so einem Akzent Deutsch? Ich habe die eher schon in die schwedische Richtung oder so. Also ich fand ihren Akzent sehr unfinnig. Okay, ja. Ja, ich hatte halt auch Ostblock im Ohr. Die Dame hat stets die Femme Fatale gemimt in den Filmen. Auch hier und später auch, weil die hat ja noch später noch einige Auftrete. Ich meine sogar als Sekretärin in Der Hexer. Mit einem wunderbaren Foto, was sich Blackie anschaut. Das ist ja der Hammer! Bombe! So, des Weiteren haben wir auch Adi Berber. Der taucht auch nochmal auf. Der übrigens Weltmeister im Ringen war. 1938 und 1947. Also bei der Statur und Europameister war er auch nochmal zwischendurch. kommt ursprünglich aus Wien. Das hört man ihm in ein paar Szenen auch, finde ich, an. Dass er da so einen leichten österreichischen Einschlag hat in seiner Stimme als der blinde Jake. Der gute Mann war auch 1,96 groß und um die 150 Kilo schwer. Wobei man ihm ja auch seine Catcher-Karriere auch im Film ansieht. Weil der hat ja diese, wie nennt man das? Diese Boxerohren. Diese ungeklappten. Ja. Da musst du mich mal aufklären. Ich weiß gerade nicht, also ich weiß, wie es aussieht, aber warum sind das Boxerohren? Ja, das hat, glaube ich, irgendwas wegen den Blutergüssen zu tun. Also im Fachjournal nennt man das entweder Ringerohr oder Blumenkohlohren. Ist eine bleibende Stellung des äußeren Ohrs, die durch Blutergüssen in der Ohrmuschel entsteht, wenn es zu Bindegewebigen Organisationen des Blutergüssen kommt. Das heißt, ich sag mal, ein Schlag aufs Ohr und dann siehst du halt ein bisschen aus, wie einer, dem Blumenkohl aus dem Ohr wächst. Okay, bei Blumenkohlohren muss ich an Moses Legg aus den Simpsons denken. Der hatte früher auch eine Catcher-Karriere, bevor er Barkeeper wurde. Ja, aber wird das nicht in ein paar Folgen so gesagt? Oder spricht er nicht selber von seinen Blumenkohlohren manchmal? Irgendwie habe ich das gerade voll im Kopf. Mich brauchst du nicht fragen. Naja, geschenkt. Ansonsten sind auch noch Joachim Fuchsberger und Eddie Arendt wieder mit von der Partie. Joachim Fuchsberger als Inspektor Larry Holt und Eddie Arendt als Sergeant Sonny Harvey, die wir schon kennen aus der Besprechung von Frau Spetter Maske. Da müssen wir, glaube ich, nicht mehr zu sagen. Aber wir haben noch einen, wo zumindest die Stimme sehr bekannt ist. Und zwar als Gordon Stewart, Hans Petsch. Also der ist natürlich, denke ich mal, vielen als Erzähler von Huibu und dergleichen einfach fest im Ohr. Und dass er auch geschauspielert hat, war mir jetzt gar nicht so sehr bewusst. Wenn er in ein paar Edgar-Wallis-Filmen dann noch auftritt, also zum Beispiel im Gasthaus an der Temse ist er ja auch mit dabei. Oder ich habe ihn jetzt bei Refragzeichen im Ohr, wo wir schon im Vorgespräch darüber geredet haben. Mir kam er nämlich nur in Vampir im Internet bekannt vor, wo er da ja, ich sage mal, die Parade-Rolle mimt als Märchenonkel der Nation. Da spielt er ja den Erzähler im Spiel. Oh, ich liebe diese Folge. Oder auch Point Widmark höre ich auch sehr gerne. Da hat er in den ersten, ich glaube, 30 Folgen das Outro immer danach gesprochen. Ich würde jetzt noch Harry Wüstenhagen in den Raum werfen als Flimmerfred. Meine Freundin nennt mich Flimmerfred. Hi, Flimmerfred. Siehste? Sag dem Barkeeper, dass du eine Bolle bist, den grüßen Apfelsaft umsonst. Harry Wüstenhagen, der, glaube ich, immer so etwas schmierige Persönlichkeiten gespielt hat. Ist ja auch seine zweite Rolle. Er hat ja vorher, das erste Mal, als er auftritt, war im grünen Bogenschutz. Und ich meine, da hat er auch so eine schmierige Rolle gespielt. Er hat auch einfach das Gesicht dafür, oder? Mhm. Und mit dem, ich sage mal, mit diesem Mafiosi-Schnauzer, kann man ja fast sagen. Sieht ja auch schon echt aus, als wenn er Leute erpressen würde. Ja, wollen wir dann mal in die eigentliche Besprechung gehen? Sehr gerne. Ja, vorwärts Marsch. Gut, dann starten wir in die Filmbesprechung von den Toten Augen von London. Und wie immer liest uns Silvia zuerst den Klappentext vor. Genau. Die Toten Augen von London von 1961. Mehrere wohlhabende, alleinstehende Herren werden Opfer von Unfällen, in Anführungszeichen. Alle waren bei derselben Gesellschaft versichert. Bei allen findet man Pergamentstreifen mit Worten in Blindenschrift. Inspektor Holt ist sicher. Die Toten Augen von London haben zugeschlagen. Finde ich gut zusammengefasst. Also im Vergleich zum Film, den wir ja vorhatten mit der Gorilla von Soho, wo ja schon, ich sage mal, die ersten fünf bis zehn Minuten der Handlung erklärt werden, haben wir jetzt eigentlich ganz gut zusammengefasst, worum es eigentlich im Kern der Geschichte ja geht. Ja, sehe ich auch so. Ich habe noch was neben dem Klappentext. Ich habe mir das Cover von meiner DVD eingeschaut und musste sagen, ich war zu grusel erschauert. Also das Cover ist echt genial. Welches Cover hast du gerade vor Augen? Mit dem Mann, der einfach nur starr dich anguckt, mit den leeren weißen Augen und währenddessen hält er einer Schönheit den Mund zu. Ja, das sollte Reverend sein, oder? Also ich erkenne den Reverend wieder mit der Glatze und so. Ja, das ist auf jeden Fall nicht der Blendejack. Ja, aber ich fand mich direkt schon sehr gut unterhalten mit diesem Cover. Ja, aber beißt sie ihm in die Hand, oder wirkt das nur so? Ja, sie beißt, also das ist ja Karin Ball, die das ist, und die beißt ja in einer Szene den Blindenjack ja in die Hand. Ja, genau. Fürs Cover denke ich auch eher, dass es der Reverend ist, weil der hat ja auch in dem Film, ich sage mal, weiße Augen. Ja. Wobei der Blindenjack halt auch, aber da siehst du halt an, dass die Augen ein bisschen, ja, sagen wir mal, entstellt sind, aufgrund seiner, seiner, ja, Vergangenheit, weil es ja auch von Namen übersieht und sonstiges, und ich denke mal, hier ist es einfach, der Reverend ist. Ja, es sieht für mich auch eher nach dem Reverend aus. Also da haben wir dann quasi zwei Szenen zusammen gemischt, um das Cover zu gestalten. Ich fand mich aber wirklich gut unterhalten mit dem Cover. Aber gut, fangen wir mal an. Mats. Also, der Film startet ja mit einem kleinen Prolog, und ich muss sagen, das ist schon, das ist eine geile Szene. Also ich fand die richtig, richtig cool. Und ich will euch auch gerne erzählen, warum. Also an sich passiert ja nicht viel. Also wir haben ja Richard Porter, das ist ein Millionär, und der wird dann eben vom Blindenjack überwältigt und in den weißen Wagen geschleppt. Das ist eigentlich alles, was in dieser Szene passiert. Aber ich finde, wie es gemacht ist, total spannend und total klug, um den Zuschauerinnen und Zuschauern halt zu vermitteln, dass es sich hier um den Blindenjack, beziehungsweise um den Blinden handelt. Weil wir haben ganz, ganz viele akustische Signale. Also Richard Porter sagt was. Also er wird ja fast von diesem weißen Lieferwagen einmal überfahren am Anfang der Szene. Und dann sagt er so, sie fliege sie! Dann geht er weiter. Er berührt mit seinem Gehstock das Geländer. Dann wirft der blinde Jack einen Stein. Der Millionär kickt den Stein weg. Sagt wieder was. Ich weiß gerade nicht, was genau. Und dann weiß der Blindenjack anhand der Fußstapfen, wann er sein Bein greifen kann. Und all das wird halt kaum ohne Dialog und mit so viel, wie gesagt, akustischen Signalen präsentiert. Das hat mich begeistert. Du hast ja auch noch das Hupen vom Auto, also von dem weißen Transporter. Das war ja auch noch ein Zeichen für einen Blindenjack. Ja, und dieses Klopfzeichen auf die Autotür. Genau, das ist dann danach. Genau, nachdem er dann Richard Porter überwältigt hat, dann wird nochmal an der Autotür gekloppt, damit der blinde Jack auch weiß, wo er den Mann dann hinbringen muss. Was ich noch ergänzen möchte ist, wir haben ja, es ist ja, ich weiß nicht, ob du schon gesagt hast, Mats, aber es ist ja Nacht und wir haben eine neblige Nacht. Genau. Das heißt, sehr wenig Licht, sehr wenig Licht. Das einzige Licht, was wir haben, sind halt diese Straßen der Tern und halt, ich sage mal, vor dem Haus hingegen ein bisschen was. Und auch direkt schon, wie uns der Blindenjack hier präsentiert wird. Du hast ja nur diesen einen Lichtstrahl, der ihn ja fokussiert und man sieht direkt, dass er blind ist, aufgrund der Augen, weil die sind komplett weiß. Also keine Pupillen, keine Linse. War schon gruselig. Ja, vor allem dieses Grinsen, das er dann drauf hat, als er dem Richard Potter den Mund zuhält. Also das ist halt schon dieses freudige, ja, jetzt habe ich ihn. Ja, also ich finde den Blindenjack sowieso total gut aufgemacht. Also zum einen natürlich, dass er offensichtlich blind ist durch diese Kontaktlinsen, die Adi Berber dann trägt. Und habt ihr mal seine Arme ein bisschen näher betrachtet? Die sind ja so total behaart. Ein umgedrehter Hobbit. Ein umgedrehter Hobbit. Ich finde, der hätte den Gorilla auch gut spielen können ohne irgendein Kostüm. Ja, ganz, ganz gruselig. Also wirklich. Also ich will mich nicht zu weit aus Fenster lehnen, aber das ist für mich mit einer der gruseligsten, gerissensten, brutalsten Handlanger in der Edgar Wallace Serie. Ja, da gehe ich auf jeden Fall mit. Wenn nicht gar sogar der. Adi Berber als Schauspieler, das Kostüm und halt wie das Drehbuch geschrieben wurde, damit ja einfach seine Handlungen glaubwürdig wirken, richtig, richtig gut. Dafür, dass er kein Schauspieler ist, sondern einfach nur Catcher gewesen war, Respekt. Ja, und vor allem, wenn man mal nachher den Vergleich zum Gorilla von Soho dann zieht, wo wir ja einfach nur den Gorilla kurz im Gebüsch sehen und der dann den Millionär da überwältigt, das ist ja, es ist so viel besser hier gemacht. Na gut, weil er halt auch die Mimik mitverwenden kann. Das hilft halt auch wahnsinnig viel, wenn du da einfach siehst, wie er aussieht und wie er grinst und so. Das trägt er natürlich auch dazu bei. Gut, danach haben wir die Opening Credits in Farbe. Das erste Mal auch. Ist aber in den Filmaufnahmen, also wenn er ausgestreift wird im Fernsehen, ist das tatsächlich schwarz-weiß. Ah, alles klar. Dann haben wir die erste Szene nach den Credits in der Gerichtsmedizin, wo eben die Identität des Toten noch einmal Inspektor Holt, also der Rolle von Joachim Fuchsberger, bestätigt wird, dass es sich eben um diesen Millionär Richard Porter handelt und so weiter und so fort. Holt äußert das schon das erste Mal, dass er eben nicht an einen Unfall glaubt, sondern dort ein Muster erkennt. Und ja, bei den Habseligkeiten des Toten ist halt auch dieses Papier dann mit der Blindenschrift dabei. So, und dann sind wir ja bei Scotland Yard das erste Mal und Holt äußert seinen Verdacht gegenüber Sir John. Und über Sir John haben wir ja gar nicht gesprochen, der wird ja nämlich von Franz Scharf-Heidlin gesprochen, äh, gespielt. Das war ja, glaube ich, seine einzige Rolle in einem Wallace-Film, oder? Ja, kann ich ganz kurz so ausführen. Man wollte eigentlich wieder eher Ernst-Fritz-Höbringer nehmen, den man ja auch schon in Frosch mit der Maske und auch in den nachfolgenden Filmen gesehen hat. Ähm, der ist aber krankheitsbedingt ausgefallen und somit hat man sich dann für Franz Scharf-Heidlin entschieden. Und nach diesem Film gab es tatsächlich keinen weiteren Film mehr, wo man einen Sir gesehen hat, sondern immer nur Inspektor beziehungsweise einen Oberinspektor. und erst ein Jahr später fand man die perfekte Besetzung dafür in Siegfried Schürenberg. Ja, ich meine, zu Recht, also Sir John hat ja sowieso nicht viel, äh, äh, viel Bildschirmzeit in diesem Film. Es gibt, glaube ich, nur zwei oder drei Szenen, wo er dabei ist und da, ja, er macht das okay, würde ich sagen, oder? Ähm, und ich denke mal, er kriegt eben auch nicht so viel Screentime, weil es ja noch den Chefinspektor gibt, der sehr ähnlich aussieht, finde ich, und, ähm, ja, auch eine ähnliche Funktion hat, beziehungsweise mit Holt und Sunny eher ein ähnliches Verhältnis zu denen hat. Auf jeden Fall, Sir John ist eigentlich gar nicht so davon überzeugt, dass es ein Verdacht ist, aber er hilft Holt trotzdem, indem er ihm einen Fachmann, äh, mit dem Holt klarkommen muss, zur, zur Seite stellt. Also das sagt Sir John bewusst so, ich hab ihn einem Fachmann zur Seite gestellt, äh, mit dem müssen sie jetzt klarkommen und, äh, dann geht Holt ja ins Nebenzimmer und dann ist er nochmal diese Kamera, äh, auf Sir John gerichtet, wo er dann nochmal so grinst, so, hm, den hab ich jetzt geprankt. Ich hab nochmal eine Frage zu dieser Szene. Es wird ja davon berichtet, dass es ja halt, ähm, ledige, reiche Männer aus über sie sind und allesamt sind Brillenträger. Äh, finde ich irgendwie unwichtig, dass es Brillenträger sind. Naja, weil die eben nicht so gut sehen. Ich dachte nämlich zuerst auch, ähm, dass der Porter blind wäre, weil er in der ersten Szene ja so läuft und mit seinem Stock da gegen dieses Geländer haut und da dachte ich, das wäre ein Blindenstock und erst, als der auf den Stein sieht, hab ich verstanden, okay, nee, der sieht schon, aber es ist einfach so neblig, wie es halt in London immer neblig ist, dass er das einfach nicht sieht. Und vielleicht ist es deshalb wichtig, dass der Brillenträger ist, weil die einfach schlecht sehen und die kann man leichter überfallen oder so. Ja, und du hast ja wahrscheinlich Männer aus über sie sind, jetzt, jetzt reimt sich mir das zusammen, dass er Männer aus über sie sind, die kennen ja auch die nebligen Nächte von London ja nicht, gehe ich mal von aus. Ja, oder haben vielleicht weniger Kontakte, weniger Erben, die dann Bescheid wissen. Ja, das kann gut sein. Ich denke auch, dass es einfach daran liegt, dass man mit Brille vielleicht im Dunkeln einfach ein bisschen schlechter sieht. Gehen wir weiter, wir sind dann im Büro von Holt und Sunny, die teilen sich am Büro. Ja, Holt kommt rein, man sieht halt, dass jemand am Tisch sitzt, aber man sieht nicht, wer ist, ist, ob es jetzt wirklich ein Mann oder eine Frau ist. Du hörst doch, das sieht man doch. Echt? Ja, weil die dreht sich doch direkt um, als er reinkommt. Da fehlt nur noch dieses ... Der hat doch nur auf ihn gewartet. Bei Holt, ich habe sie nicht erwartet. Ja, Holt hat ein jüngeres Modell erwartet, habe ich mir aufgeschrieben. Und Miss Ward, das stellt sich die Dame vor, also gespielt von Karin Ball, hat ein älteres Modell erwartet. Ja. Die Nora Ward kann Blindenschrift lesen, weil sie eine Zeit lang in einem Krankenhaus Blinde betreut hat. Krankenschwester war die Dame. Ja, genau. Und die hat halt auch mit Blinden gearbeitet und deswegen kann sie das lesen. Und auf dem Blatt Papier entziffert sie die Worte Verbrechen, Mord und das Blinde, Ungeheuer und sein Chef. Kann wirklich so viel Text auf diesem Zettel stehen. Also, am Anfang, okay, das war irgendwie in der ersten Zeile, aber dieses, das Blinde, Ungeheuer und sein Chef, das ... Nee, das kam für mich jetzt ein bisschen unrealistisch. Ich kann jetzt keine Blindenschrift lesen, aber ... Der hat auf der Rückseite weitergeschrieben. Ach so, okay. Ja, ich weiß es nicht, ich kenne mich dafür mit Blindenschrift nicht aus. Auf jeden Fall, dann hat Holt den Verdacht, dass es sich eben um die toten Augen von London handelt. Und dann haben wir ja den ersten Auftritt von Eddie Arendt als Sergeant Sonny Harvey. Der beobachtet, wie die beiden, also wie Nora Ward und Larry Holt mit dem Kopf zusammenstoßen, so, weil ihm das Seil runtergefallen ist, oh nein. Ja, und dann berühren sich natürlich die Hände der beiden. Und in dem Moment kommt Sonny Harvey dann rein und guckt nur so, oh, hält sich die Melone vor's Gesicht. Fand ich, ist ein richtig guter Einstand für Eddie Arendt in dem Film. Aber meint ihr, das war Absicht, dass dem Larry Holt da was runterfällt? Oder war das ein Versehen? Also war das schon der erste Flirtversuch? Also der erste Flirtversuch ist es in der Szene auf jeden Fall, unabhängig davon. Ja, also im Buch kann ich sagen, dass es da auf jeden Fall direkt so beschrieben wird, dass er Interesse an ihr hat und direkt so begeistert ist, als er den Raum betritt. Also da wird's ein bisschen deutlicher. Im Film war mir das jetzt nicht ganz so deutlich. Ist es ein Versehen, dass es runtergefallen ist oder hat er das absichtlich gemacht, um ihr näher zu kommen? Ja, ich finde, man merkt das auch. Äh, ja, wobei ich mich ja, entweder war das, also was ich mich frage, der Gag mit Das Holt eigentlich ein jüngeres Modell erwartet hat. Ähm, ja, die Dame ist 22. Wie alt, wie jung soll sie denn sein? 21? Okay. Wäre das ja geklärt. Gut, gehen wir weiter. Ich muss ja auch sagen, dass ich Karin Ball als Nora Ward extrem sympathisch finde. Also die macht einfach so einen richtig lieben Eindruck. Und, äh, sie ist gefühlt die ganze Zeit am Lächeln und so. Ich finde das richtig, richtig goldig. Also ich bin von ihr nicht sehr überzeugt. Vor allem in der ersten Szene nicht. Da hatte ich irgendwie das Gefühl, dass sie ihren Text einfach auswendig gelernt hat und so irgendwie ein bisschen überdeutlich spricht. Und für mich hat sie jetzt, naja, irgendwie wenig Ausdruck. Also ich fand sie jetzt nicht so richtig charmant in der ersten Szene. Na gut. Auf jeden Fall, ähm, wird noch gesagt, dass, äh, der Tote, also Richard Porter, bei der Greenwich Assurance, äh, versichert war. Und da geht es jetzt auch hin. Greenwich Assurance, ähm, ich will immer Insurance sagen, aber, äh, es ist Assurance. Ähm, und da haben wir jetzt als erstes Stephen Judd in seinem Büro, der von Flimmerfred überrascht wird. Und, äh, Flimmerfred deutet ja an, dass Stephen Judds Bruder David, der eigentlich tot geglaubt ist, noch lebt. Und damit erpresst er Judd. Und Judd gibt ja auch nach, er gibt ihm ja Geld, was er im Saved. Erlebt der wirklich noch? Also, Stephen Judd sagt ja ganz klar, dass David tot ist. Hab ich jetzt so nicht verstanden, sondern dem geht's ja nur darum, dass der unter falschem Namen mit Freeds Freundin abgehauen ist. Ja, also, ich hab mir das rausgeschrieben, ähm, Flimmerfred erpresst Stephen Judd, da er weiß, wer scheinbar, also wer David Judd wirklich war. Da er ja ein Spielsüchtiger mit hohen Schulden war. Also, er ist ja in Anführungszeichen tot. Und, ähm, David Judd hat auch, äh, die Freundin von Flimmerfred ausgespannt und hat mit ihr ein stürmisches Wochenende in Schottland verbracht. Ja, aber, aber ob David jetzt noch lebt oder nicht, das wird da, glaub ich, jetzt nicht so eindeutig gesagt. Nur, nur Stephen Judd sagt eben, dass der tot ist. Also, das sagt er auf jeden Fall. Ja, im Vergleich dazu hatten wir ja beim Gorilla von Soho, da ging's ja direkt schon darum, dass, ähm, der Bruder, äh, getötet wurde. Weil dort ja, ähm, Sugar ja mitgeholfen hat. Und hier ist es einfach nur, dass Flimmerfred anscheinend mehr weiß und das vielleicht auch andeutet, aber es nicht klar wird, dass halt David Judd tot ist. Ja, und alles Weitere wird ja dann von Inspektor Holt unterbrochen. Der dann reinkommt und diesen Streit unterbindet. Da wird eigentlich auch nur noch weiter bekannt, dass, äh, Inspektor Holt auch Flimmerfred kennt und weiß, dass das halt ein zwielichtiger Geselle ist. Und ich fand den Satz, den, äh, Holt vom Besten gibt, als Flimmerfred, äh, das, das Gebäude verlässt. Wenn du noch mal hier auftauchst, dann werde ich dich versichern und glaub mir, dass du, dass dir meine Prämie nicht sehr gefallen wird. Fand, fand ich geil. Das war so richtig so ein Badass-Abschiedssatz. Ja, Joachim Fuchsberger ist sowieso so lässig in diesem Film. Ich bin ein bisschen, bin ein bisschen verknallt in den. Oh, ähm, was ich mir noch rausgeschrieben habe, ich fand dieses, in Anführungszeichen, Zigaretten-Itry grandios. Einfach ein Schädel. Ja, hab ich mir auch aufgeschrieben. Und ich hab mich gefragt, ob das so bewusst gewählt wurde, um ihn auch so ein bisschen zwielichtig erscheinen zu lassen. So, und dann geht's ja in eine Bar. Beim Gorilla von Soho war das ja dieser, dieser Nachtclub, wo die Nacktmodelle und so standen. Hier ist es eine ganz normale Bar, wo halt auch Poker gespielt wird. Und, ähm, ja, Holt kommt rein. Er sieht Flimmerfred am Pokertisch und, ähm, unterhält sich dann mit ihm. Ich fand das so lässig, wie er sich da zutritt zur Bar verschafft und sich dann auch einfach an den Pokertisch setzt. Das war großartig gespielt. Das Guckloch zuhalten, dann wird die Tür geöffnet und er sagt dann einfach nur, Salve. Ja, und vor allem, sehr geil fand ich diese Klingel. Diese schwarze, bucklige Katze mit den Leuchtaugen. Die fand ich einfach mega. Ja, total gut. Also, es ist eine coole Bar, auf jeden Fall. Und, ähm, genau, Holt unterhält sich ja mit, äh, Flimmerfred. Und er will halt, oder er erwähnt ihm gegenüber den blinden Jack. Und, äh, da haben wir dann auch, wie beim Gorilla von Soho, diesen Gag, dass Holt ja eventuell der Boss der Toten Augen von London sein könnte. Funktioniert auch da nicht so gut, finde ich. Nicht so glaubwürdig. Nee, aber, Fred schreckt auch so mega komisch auf. Also, der springt ja direkt hoch. Äh, äh, was soll denn das? Er schreckt richtig hoch. Und da kam ja dann auch, ich weiß nicht wieso, aber da kam dann noch ein, ein, ein weiterer Mann dazu, der sich dann dazugestellt hat. Da dachte ich mir, hä, wer ist das? Ist das jetzt der Türsteher? Ich dachte, irgendwie so der Kruppier oder so, der halt da aufpasst, okay, die fangen jetzt gleich einen Streit an. Und auch, ähm, das Schimpfwort von, von Flimmerfred. Scheibenhonig, als er, äh, die Runde verloren hat. Was ist das? Scheibenhonig. Okay. Ich glaub, heutzutage würde man das als Overacting bezeichnen, was, äh, Harry Wüstenhagen da macht. Ja, aber dieses Gespräch führt ja eigentlich zu nicht so viel. Flimmerfred verlässt dann ja, glaub ich, die Bar. Und, ähm, Inspektor Holt unterhält sich dann noch kurz mit, mit Fanny Welden, die auch in der Bar am Start ist. Und, äh, da wird dann halt klar, dass sie die Ex-Freundin von Flimmerfred ist und auch die ehemalige Geliebte von David Judd. Genau. Und das Holt beim Jad noch angeruft und sich mit einem Mann aus der Verhandlungsabteilung verbinden lässt, der von Alfred Forer gesprochen wird. Aha, da haben wir es. Will er Auskünfte haben zum, äh, zu die Toten Augen, beziehungsweise zu Jack Farrell, so wie er Mann, wie der Mann in Wirklichkeit heißt. Farrell, wie er, wird er ja ausgesprochen eben im Film. Dann haben wir, äh, eine kurze Szene, äh, am Hafen. Flimmerfred hat halt die Bar verlassen und dann wird er eben fast von einem Wagen überfahren. Und für mich sah das aus wie derselbe Wagen aus dem Prolog, also dieser weiße, ähm. Wäschereiwagen, dieser Lieferwagen, ja. Genau, der weiße Wäschereiwagen, ähm, aber er springt dann halt so zur Seite auf irgendwelche Säcke, die da liegen und dadurch kann er sich dann noch in letzter Sekunde retten. Ja, fand ich sehr überzeugend, dass er sich da retten kann. Ich fand die Szene ein bisschen passender mit, äh, beim Gorilla von Soho mit der Maschinenpistole und dem Sprung in die Temse. Äh, zwar ein bisschen krasser, hier ist es einfach nur, äh, ja, ich versuche mal jemanden zu überfahren. Ja, wenn man jetzt nicht so genau beim Prolog aufgepasst hat und nicht genau gesehen hat, was das für ein Auto ist, dann könnte man ja denken, das ist irgendein Auto. Beim Gorilla von Soho wird ja klar, dadurch, dass, äh, sogar von der Person wirklich bedroht wird, ähm, dass es irgendwie, ja, was mit dem Fall zu tun haben muss. Genau, und hier kannst du ja den, den, ich sag mal, dieses Überfahren ja darauf hinziehen, dass es a, dunkel ist und b, wieder neblig. Ja, und auch anhand von der Musik erkennt man auch, ähm, dass es dieselbe Bande sein muss, weil jedes Mal, äh, wenn jetzt irgendwie der blinde Jake oder einer aus diese, von den toten Augen von London auftaucht, dann kommt ja diese, diese, diese flimmernde Musik oder ich weiß nicht, mich hat das so ein bisschen an alte PC-Spiele erinnert. Ich weiß nicht. So 8-Bit-Sound oder was? Ja, ja, genau, genau. Also das, das taucht ja immer wieder auf, ähm, also vor allem, wenn Jake zu sehen ist, aber in der Szene war es jetzt auch, dass da diese komische Musik und so auftaucht. Ja, voll, ich finde, das passt auch richtig gut. Ich hab auch versucht herauszufinden, was es für ein Instrument ist, aber ich hab das leider nicht gefunden. Würde mich mal interessieren. Ja, das, das wundert mich eben, weil mich dieser Sound eher an die 80er erinnert und das war ja doch dann 20 Jahre früher. Mhm. Also was heißt erinnert, da hab ich auch nicht gelebt, aber, ne. Ja, aber das passt auf jeden Fall besser als der von euch so geliebte Gong beim Gorilla von Soho. Oh Gott. Um euch nochmal zu trinkern. Nein. Okay, gut. Gut, dann sind wir zurück bei Scotland Yard und, ähm, Sunny ist ja mal so ein typischer Wingman, oder? Oh ja. Echt? Ja. Also... Eine kleine Notlüge. Ja. Ja, wobei ich hatte später den Verdacht, dass Sunny auch am Flirten ist oder ist einfach nur sehr krass zuvorkommend. Ich glaub, der ist einfach ein herzensguter Mensch. Ja. Sehr gut. Ja, und er lügt ja auch so süß und guckt dann noch in seine Melone rein. Oh, hm, hm, ja, kleine Notlüge. Sie, wer möchte ihn gerne streicheln? Schon so ein bisschen. Also, ich find die knuffig. Vielleicht für diejenigen, die die Handlung gerade nicht so richtig auf dem Scheren haben. Also, Sunny kommt ja mit Nora zusammen bei Scotland Yard ins Büro und Nora ist halt nur mitgekommen, weil Sunny ihr erzählt hatte, dass Holt mit ihr essen gehen will. Und das war die kleine Notlüge. Ja, aber das würde sie mitmachen, aber wenn's um die Arbeit geht, würdest du es nicht machen? Hä? Also, da fand ich jetzt die Notlüge ein bisschen überflüssig. Ja, kann man sich drüber streiten. Auf jeden Fall dient diese Szene ja eigentlich nur als Überleitung zum Blindenheim, weil Sunny halt Informationen über den Blindenjack rausgefunden hat und der soll sich zuletzt in der Blossom Lane 25 aufgehalten haben, was ich wieder total cool gespielt von Joachim Fuchsberger fand. Während Sunny referiert über den Blindenjack, wie er sich dabei so die Krawatte richtet und auch die Zigarette im Mund hat, das sieht so verdammt cool aus. Echt? Ich fand's ein bisschen desinteressiert. Okay. Aber ich find's halt immer wieder cool, wie Sunny da von dieser, ich weiß nicht, ist das eine Kassenrolle, wovon er da abliest? Das ist sein Pergament. Ja. Also, ein Notizbuch würde es auch tun, aber okay. Er ist ja einfach ein schräger Vogel. Ja. Er packt ja auch sein Strickzeug ein, wenn's zu einem Blindenanstalt geht. Ja. Man weiß ja nie, ne? Ja. Genau. Dann geht's aber in die Blossom Lane 25 und das ist eben der letzte bekannte Wohnort des Blindenjack und es ist ein Home for the Blind, wie auf dem Schild am Haus steht. Nora sagt dann, oh, das sieht das ja aus, die schlafen wohl alle. Die sind blind. Ja. Oh. Naja, die weiß ja nicht, wie das so mit Blinden ist, hat da noch nie gearbeitet, also. Stimmt, ja. Ähm, ja, wir lernen dann in der Szene den Reverend zum einen kennen und dann zum anderen den Blinden Lou Norris. Und den Förtner. Ja. Besuch! Wir kriegen ja nie Besuch! Ah! Ah, schlimm. Ja, den fand ich auch ein bisschen crazy. Äh, die waren alle ein bisschen crazy. Also auch wie der Reverend mit Lou umgeht, fand ich auch seltsam. Also, eher wie so ein Kind. Ja, dann erzähl mal dem Inspektor alles, was du weißt. Ja, erzähl dem Mann mal, was du weißt. Aber das ist halt, das ist halt der Reverend, der sich um seine Schafe halt sorgt und sie halt auch, ähm, mit Liebe und Fürsorge verhätschelt. Und dann sagt man das halt auch, erzähl dem lieben Inspektor, was du alles weißt. Ja, es geht gerade in die ganz, ganz komische Richtung, wenn du das so formulierst. Ja. Aber ich sag, die Gestalten, die halt am Tisch sitzen, die sind alle ein bisschen, ähm, verrückt. Oder beziehungsweise auch, ähm, ja, komisch anzusehen. Ich mein, in der nächsten, in der späteren Szene, wo man ja nochmal die Leute am Tisch sitzt, hast du ja auch diesen einen, der die Haare so richtig hoch aufgebaut hat und dann nach rechts oder nach links gekämmt hat. Der ist auch so, Alter, hast du in die Steckdose gefasst oder was ist los mit dir? Ja, ich fand's einfach kein schönes Bild von blinden Menschen dargestellt, dass die dann zusätzlich alle noch ein bisschen irre wirken. Finde ich einfach falsch dargestellt, weil das ist ja bei blinden Menschen nicht so, dass die zwingend dann mit dem Leben nicht klarkommen. Ja, und das ist halt so diese total veraltete Auffassung von Inklusion, dass man halt, oder es ist ja nicht mal Inklusion, aber dass Blinde quasi von der Gesellschaft ausgeschlossen werden, dadurch, dass sie in einem Heim extra für Blinde sind und dann auch nur mit Blinden interagieren und eigentlich gar keinen Kontakt zur normalen Gesellschaft haben. Also das ist ja, heutzutage würde man das ja ganz, ganz anders handeln. Und zudem war ja auch, dass die Blindenanstalt ein Schlupfwinkel für üble Elemente, wie es der Referent so fein gesagt hat, bevor er dazu kam. Ja, und er hat das ja alles bereinigt, in dem einen Jahr, glaube ich, seit er da ist. Ja. Aber ich fand die Blindheit vom Referent, echt gut gespielt. Also ich hätte ihn das wirklich abgekauft, dass er blind ist. Ich fand die von allen super gespielt eigentlich. Also auch von Jake und Lou, die man dann später sieht, fand ich schon sehr überzeugend. Ja, gehe ich voll mit. Also dieses beiläufige Tasten des Reverents, dass er sich zum Beispiel am Arm von Nora Ward oder so festhält oder dass er eigentlich in eine andere Richtung gedreht ist, wenn er Holt die Hand gibt oder so. Das ist echt wirklich authentisch gespielt, definitiv. Ja, und dass die mal zu jemandem hinschauen, der gerade spricht, ist ja irgendwie normal. Das wird denen ja, soweit ich das weiß, quasi antrainiert aus Höflichkeit, dass man halt in die Richtung sieht, beziehungsweise dann hört man ja auch besser, wenn man demjenigen frontal gegenüber ist. Ja, gute Szene. Und dann verrät Lou Norris Holt ja, dass Jack seit etwa einem Jahr nicht mehr im Blindenheim war, beziehungsweise verschwunden ist. Eigentlich weiß er ja mehr, aber das behält er für sich. Ich fand's aber besser platziert, dass er derjenige ist, der halt Helfers Helfer ist, als beim Gorilla vom Soho, wo man ja direkt weiß, alles klar, das ist die Notizen, mit der tunesischen Sprache den Leichen zuschiebt. Genau. Also hier vermutet man ja nicht sofort, dass der irgendwie mit da reingezogen wurde. Dann geht es weiter. Wir sind dann im Auto auf dem Rückweg und Holt bemerkt, dass ihm wieder ein Stück Papier mit Blindenschrift zugesteckt wurde. Und auf dem steht jetzt, die toten Augen arbeiten wieder, der blinde Jack kommt manchmal nachts, der Reverend weiß nichts davon. Woher weiß er, dass der Reverend nichts weiß? Ja, ich meine, theoretisch müsste, wenn, also wir gehen ja mal davon aus, dass Lou dieses Stück Papier Holt zugesteckt hat irgendwie. Theoretisch müsste der das ja eigentlich wissen. Also, und er will ja offensichtlich helfen und nachher in der Szene wird ja auch klar, dass er eigentlich nicht mehr dabei sein möchte bei den toten Augen. Von daher ist es schon komisch, dass er sagt, dass der Reverend nichts weiß. Ja, das ist, ich denke mal, das ist einfach, ich denke mal so gedreht, dass der Reverend kann ja sehen, also jetzt mal zu spoilern, gnadenlos zu spoilern, das ist ja der totgeglaubte Bruder, also David Judd, der sich hier, ja, verstecken nicht, aber der sich bedeckt hält. Und ich denke mal, dass man sich als Sehender besser zurechtfindet unter einer Vielzahl von Blinden, sodass es nicht auffällt, dass du mit von der Partie bist, sodass es Lou Norris nicht weiß, dass der Reverend mit von der Partie ist. Ja, wobei dann auch der Pferdner nichts davon mitkriegen darf, weil der sieht ja wirklich und der weiß, glaube ich, nichts von der ganzen Geschichte. Nö, und sonst gibst du denen ja Ausgang, das wird ja auch später nochmal thematisiert. Ja. Ja, mir war jetzt nur nicht klar, wann Lou Zeit hatte und Gelegenheit, diesen Text zu schreiben, weil der wird ja schon eine ganze Zeit dafür brauchen und er muss es ja irgendwie so machen, dass es andere nicht sehen, haha, aber zumindest nicht mitkriegen und wenn er einfach nur am Tisch sitzt, oder hat er das vorbereitet? Nee, ich denke mal eher, dass das Zeitverhältnis zwischen der Szene in der Blossomheim, also in der Blindenanstalt und im Auto, da ist noch was passiert. Ich gehe mal davon aus, dass sie sich vielleicht noch umgeschaut haben oder so, dass es dann halt da zu diesem Moment kam, wo Lou Norris mal kurz abgehauen ist und fix was geschrieben hat. Das sehen wir auch später nochmal, wie er ja einfach schnell ein Stück Pagament sich schnappt, während der blinde Jack wieder eine Leiche präpariert. Aber super fand ich dann den Dialog, also Nora wird ja dann zur Ermittlung ins Heim eingeschleust sozusagen, weil sie sich ja als Betreuerin von Blinden auskennt und dann fragt Holt ja so, würden sie das für mich tun? Warum für sie? Für Scotland Yard vielleicht? Erst mal die Fronten abklären. Schön schnippisch. Aber er grinst halt dann auch so, als ob er genau diesen Kommentar erwartet hätte und es voll geil findet, wie sie jetzt hier reagiert. Voll geil. Okay, dann geht es in die Greenwich Assurance und da haben wir jetzt den ersten Auftritt von Gordon Stewart beziehungsweise von Hans Page und der will bei Stephen Judd sein Testament auf seine Tochter Eleanor Finlay umschreiben lassen und Stewart weiß erst seit kurzem, dass dieser am Leben ist. Seit einer Stunde. Dazu muss man glaube ich nicht mehr sagen und dann haben wir den ersten Auftritt von Klaus Kinski als Edgar Strauss, der dann im Vorzimmer telefoniert mit Fanny Welden und er erzählt ihr dann, wann Judd das nächste Mal im Auto unterwegs sein wird. Und nicht nur mit Fanny Welden, sondern mit Sonnenbrille. Mit Sonnenbrille. Also das erklärt zumindest ein bisschen diesen Gorilla von Soho-Tick. Aber, ja, in dem Film ist es eine Hommage, aber warum man das eigentlich macht, ist mir immer noch nicht klar. Er soll einfach zwielichtig wirken. Er soll ein bisschen düster wirken. Ich finde jetzt in der Szene, also es ist ja der allererste Auftritt von Klaus Kinski in einem Wallace-Film ever. Aber da fand ich jetzt, also, ja, fand ich jetzt noch nicht so eindrucksvoll, was Klaus Kinski da gemacht hat. Er hat nachher im Film noch ein paar coole Momente, aber das ist jetzt noch nicht so aufregend. Ja, es gibt halt noch nicht so viel her. Genau, ja. Dann sind wir bei Scott and Yard und da haben wir jetzt Flimmerfreds Auftritt, der von, der Holt und Sonny von seinem vergifteten Geburtstagskuchen erzählt. Der wurde ihm anonym geschenkt und, ja, da sucht er sich halt irgendwie Hilfe von der Polizei und am Ende erwähnt er dann noch ganz beiläufig, dass er fast von einem linksgesteuerten, weißlackierten Wäschereiwagen umgefahren wurde. Ja, es importiert das Auto. Aber Mats, ich bin ein bisschen enttäuscht von dir, dass du das nicht erwähnt hast, was in dieser Szene auch thematisiert wird, weil es wird der Nebel thematisiert und ich hab mir direkt rausgeschrieben, dieser verdammte Nebel wird immer dichter. Ja, scheiße, stimmt. Hab ich natürlich auch, als ich den Film geschaut hab, mir gedacht, aber ich hab's noch nicht aufgeschrieben. Und ist euch aufgefallen, dass Eddie Ahren zu Beginn der Szene so ganz, ganz anders klingt als sonst? Der redet so total ruhig und so kaum aufgedreht wie so. Naja, er strickt da ja gerade, das beruhigt doch die Nerven. Ja, aber das fand ich total interessant, wie anders er da klingt. Der ist es einfach aufgrund, weil er strickt. Und er hat nämlich keine klebrigen Finger. Deshalb kann er nämlich stricken, im Gegensatz zu Flimmerfred, weil der hat viel zu klebrige Finger. Bisschen seltsam fand ich dann die Kameraführung als Fred und Holt sich unterhalten, weil bei Flimmerfred so eine extreme Untersicht, also der wird ja extrem von unten gefilmt, was normalerweise ja irgendwie jemanden eher heroischer wirken lassen soll. So als Stilmittel hat sich mir jetzt aber nicht so richtig erschlossen, warum. Und bei Larry Holt dagegen ist, finde ich, recht viel Schatten auf dem Gesicht, was ja eigentlich immer heißt, okay, das ist jetzt ein negativer Charakter oder ein gefährlicher Charakter. Also fand ich eigentlich die Perspektiven oder die Stilmittel ein bisschen verdreht bei den beiden. Jo, wir sind im Hotel, oder ist das Pensionhotel? Wird nicht ganz klar. Und Jack, der blinde Jack, verschafft sich Zutritt in das Zimmer von Mr. Stewart, der sich mit einer Kamera im Mund die Zähne reinigt. Ja. Warum? Ich dachte einfach, dass das so gefilmt wurde. Mit der Kamera im Mund. Nein, dass man da halt irgendwie, keine Ahnung, Gebisse oder so gefilmt hat. Es ist doch die Zungenperspektive quasi, oder? Es geht doch nach draußen. Ja, du siehst einfach dann wie dieses, ja, was ist das, Abspritzgerät etwas oder Mundreinigungsmittel. Abspritzgerät. Ja, aber warum? Keine Ahnung, weil man es kann vermutlich. Ich vermute mal, das war auch so die Zeit, wo man einfach ausgetestet hat, welche technischen Möglichkeiten haben wir da gerade? Was kriegen wir hin? Ja, aber was ich mir auch vorstellen könnte, als Jack nämlich das Apartment betritt, hatte ich das Gefühl, dass die ganzen Geräusche irgendwie lauter wurden. Also auch dieses Krawatteausziehen von Mr. Stewart zum Beispiel ist extrem laut. Und auch die Schritte und alles. Und vielleicht ist es deshalb dann noch, weil er quasi hört, dass jemand sich gerade die Zähne reinigt. Und das wird dann nochmal im Bild gemacht. Ist jetzt so eine Interpretation. Dass es halt verschärft wird, die Töne, die erklingen. Also dieses, okay, der Blinde, der jetzt einfach die geschärften Sinne hat, was wir gerade schon hatten, und dann eben auch die Geräusche im Nebenzimmer hört. Es ist auf jeden Fall wieder eine richtig gut gemachte Szene. Und ich finde es wirklich auch immer noch heute spannend, wie diese Szene jetzt abläuft. Weil, also, Fabian hat ja schon gesagt, dass der Blinde Jack jetzt reinkommt. Er verschafft sich über das Fenster zu, tritt zum Zimmer. Und dann tastet er sich so ein bisschen nach vorne, bis er dann merkt, oh, ich hab hier den Lampenschirm. Dann fasst er die Glühbirne, hat wieder dieses creepy Grinsen drauf, so nach dem Motto, yo, haben wir. Dann zerdrückt er die Glühbirne und versteckt sich wieder hinter der Gardine. Und dann kommt Mr. Stewart. Ah, Klassiker, Klassiker. Dann können wir viele verstecken. Aber die Glühbirne muss doch heiß sein, Alter. Wenn eine Glühbirne, sagen wir mal, schon 10 Minuten, 20 Minuten läuft, dann ist sie doch heiß. Ich meine, als Kind habe ich das schon gerne ein bisschen so rumgetastet und gedacht, okay, ist warm. Und dann irgendwann später, scheiße, ist das heiß. Nein, der hat wahrscheinlich so schwielige Hände schon, dass er das gar nicht mehr spürt. Und ich meine, man hat ja seine Hand gesehen, weil als er so rumtapst, da hat er ja schon fast die Kamera berührt, was ich einen total coolen Effekt fand. Also dieses, okay, der ist jetzt gerade so blind, der sieht nicht mal, dass da eine Filmkamera steht. Also wie gesagt, wieder total gut gemacht. Und dann kommt von Gordon Stewart der Klassiker, ist da jemand? Och, keine Ahnung. Dann tapse ich mal weiter, versuche mal das Licht anzuschalten. Komm, Silvia, das ist aber besser, als 30 Mal ins Telefon Hallo, Hallo zu rufen. Ja, das stimmt. Das ist richtig, ja. Und dann war es aber mega cool, wie dann dieser riesige Schatten hinter ihm steht und er diesen Schatten sieht. Also das fand ich total gut. Da fand ich mich ein bisschen zurückerinnert in Nosferatu. Ja, ja. Da gab es ja auch diese eine Szene, wo ich glaube, die Dame im Bett ja sieht, wie Nosferatu am Fenster steht. Und dann dreht sie sich um, sieht dann den Schatten von Nosferatu, diese langen Ohren und dann dreht sie sich um und erschreckt sich ja richtig. Wie es ja hier auch bei Gordon Stewart der Fall ist. Ja, wobei Nosferatu, glaube ich, später war. Das müsste der von 79 sein, oder? Oder ich weiß gerade nicht, von welchem Film. Den Stummfilm. Ach so, nee, der ist von 1922. Ja, es gibt ja noch den, es gibt den ja mehrfach verfilmt. Dann haben wir eine ganz, ganz kurze Szene im Auto von Mr. Judd. Da müssen wir, glaube ich, keine großen Worte drüber verlieren. Fanny Whalen hat sich irgendwie Zugang zum Auto verschafft, überrascht ihn dort. Nee, überrascht ihn nicht, finde ich. Also er erschrickt null. Er kennt sie nicht. Und bremst halt mal ganz gechillt und fragt, wer sie so ist. Ey, ich würde wahrscheinlich gegen einen Baum fahren, wenn jemand bei mir hinten drin im Auto sitzen würde. Ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, der Mann ist kaminell. Wahrscheinlich lässt er sich einfach nicht so schnell aus der Ruhe bringen. Und er kennt die Ex seines Bruders nicht. Anscheinend. Eine von vielen, Silvia, eine von vielen. Ach so. Die aber einen Klunker hat. Also kann jetzt nicht eine von vielen sein. Ja, aber gut. Also was wichtig ist in der Szene, passiert dann ja nach dem Schnitt. Und wir sind dann jetzt erst mal wieder im Blindenheim. Wo Nora Ward halt das erste Mal quasi undercover da ist. Und ja, sie hört dann zusammen mit dem Reverend und den Bewohnern Beethovens Fünfte. Und es fällt auf, dass Lou Norris nicht da ist. Da, 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 da. Das ist eine coole Szene. Dann haben wir ja einen Schnitt in, ja, ich dachte da, das ist irgendwie ein Keller oder so ein geheimer Unterbau oder so. Später stellt sich heraus, dass es die Blossom Name 27 ist. Die stillgelegte Wäscherei. Und da sehen wir dann den Blindenjack zusammen mit Lou Norris. Und die beginnen eben, die hören dann, dass die Musik einsetzt. Und dann fangen sie an zu arbeiten, weil die Maschinen halt so laut sind. Und man würde das hören, wenn da jetzt irgendwie keine Hintergrundgeräusche wären. Und die beiden entsorgen jetzt halt Mr. Stewart. Wobei Lou sich weigert, dem Blindenjack zu helfen. Der Blindenjack nimmt das aber nicht an. Ohrfeigt Lou. Und dann in einem kurzen Moment er schreibt Lou dann in Blindenschrift wieder auf dem Blatt Papier, was er dem ertoten Mr. Stewart zusteckt. Und was auch wichtig ist, dass am Bein von Mr. Stewart ein Salzstein mit einem Strick befestigt wird. Fand ich genial. Ja. Und dann, als der Höhepunkt des Musikstücks kommt, wird Mr. Stewart über eine Rampe ins Wasser befördert. Das fand ich ziemlich cool. Dieses Timing und auch generell, dass halt in der Szene, wo wieder relativ wenig Dialog ist, Musik eingesetzt wird, die aber im Film ja quasi läuft, hat man natürlich öfters auch in modernen Filmen. Aber ich weiß nicht, ob das damals schon so häufig eingesetzte Stilmittel war. Ich glaube, das war denen damals schon bewusst, dass halt auch Musik viel beim Zuschauer, wenn man das hervorrufen kann, an Ängsten oder an Gefühlen, Emotionen. Ja, aber das musst du halt viel mehr beim Dreh mit beachten und vom Timing her einfach auch dann das hinkriegen, dass das so gut passt. Was ich aber auch erschreckend fand, wir haben auch in dieser Szene, das hat man's gar nicht erwähnt, da spricht Jack tatsächlich auch. Lou Norris sagt ja von wegen so, ich mach nicht mehr mit, ich mach nicht mehr mit. Und Jack dreht sich um und sagt ihm nur so, mitgefangen, mitgehangen. Also richtig mit so einer dunklen Stimme. Und da haben sie sich direkt bei mir die Nackenhaare aufgestellt. Wobei, also ich hätte jetzt damit gerechnet, dass sie seine Stimme total überzogen irgendwie darstellen. Aber das ist ja noch relativ normal, wie er das sagt. Aber auch schon ein bisschen tiefer, ein bisschen rauer, weil er heult ja auch ein bisschen so dieses, diesen Satz. Ja. Wobei Lou ja gar nicht mal wirklich was tut. Also man sieht ihn eigentlich nur, wie er den Zettel schreibt und reinsteckt und dann wie er rumtapst. Also eigentlich macht ja Jack allein die ganze Arbeit. Ja, der dackelt dem Jack so hinterher, das ist so. Ja. Also der wirkt ein bisschen noch blinder als der andere. Ja, auf jeden Fall. Man hat da eine Hierarchie, das merkt man. Wobei Jack kann ja eigentlich alles alleine machen. Ich meine, der hat ja auch schon den Prolog, den Mr. Porter auch mit einem Arm so auf die Schultern genommen und ihn hochgehoben. Also der muss ja eine Kraft haben. Ja, aber das heißt ja eigentlich, dass man Lou gar nicht bräuchte. Und der ist ja auch so viel kleiner. Also der Jack ist irgendwie, glaube ich, 1,90 oder so. Und der Lou ist wahrscheinlich 1,60 oder keine Ahnung. Wir gehen wieder in die Szene im Auto von Mr. Judd. Genau. Schnitt zurück. Ich fand es aber, ich fand auch diese Schnittarbeit. Du hast erst Schnitt im Mercedes und Judd, dann Schnitt Blindenanstalt, Schnitt wieder im Auto. Hätte man doch eigentlich zusammen erledigen können. Weil eigentlich wird jetzt nur in dieser weiteren Szene im Auto klar, dass Fanny Bescheid weiß vom Plan in Schottland, weil sich David Judd unter einen falschen Namen dort angemeldet hat, hat aber bei der Poststation mit einem falschen Ausweis, auf den da ein falsches Name läuft, eine hohe Summe abgeholt. Und deswegen will sie ihn jetzt erpressen, was sie auch schafft. Genau, sie bekommt ja auch das Geld. Ich glaube, dass dieser Zwischenschnitt mit dem Blindenheim da kam, weil die jetzt folgende Szene ja die Wohnung von Fanny Weldon ist und vielleicht dachte man sich dann, dass man die Zuschauerinnen und Zuschauer noch mal so ein bisschen daran erinnern muss, was Fanny Weldon überhaupt wollte. Weil diese Szene im Blindenheim ist ja relativ lang und vielleicht hat man das dann schon wieder so ein bisschen verdrängt, wenn danach dann die Szene in der Wohnung von Fanny Weldon käme. Ja, da kannst du recht haben. Sie steigt ja auch mit einem richtig schrillen und fast psychischen Lachen ja auch so richtig schrillen Sagen. Ich kann es nicht nachmachen, aber fand ich schon ein bisschen wahnsinnig, dass sie lachen. Na gut, dann geht es in die Wohnung von Fanny Weldon und ja, irgendwie kommt ein Unbekannter rein. Die Tür ist anscheinend nicht wirklich gut gesichert. Er erwirkt sie und entwendet ihr den Ring, den sie von David Judd damals als Geschenk bekommen hat. Und sie hat ein paar Margeien. Der hat komplett durchgedreht, wenn die Frauchen ermordet wird. Ja, der scheint dann doch recht intelligent zu sein, wenn er direkt in dem Moment das erkennt, was da passiert ist. Oder trauert dann. Ich weiß nicht, wie intelligent Tiere wirklich sind. Also, dass Tiere mittrauern, wenn ihre Besitzer sterben. Das ist ja irgendwie bekannt. Aber so direkt in dem Moment fand ich es dann doch erstaunlich. Ich fand aber den Einstieg in die Szene auch ein bisschen merkwürdig, weil du beginnst ja mit einer Kameraperspektive. Auf Nacht schreibt es sich so halt, beziehungsweise du siehst auf dem Boden eine Pfütze. So ein Fleck. Ich habe zuerst gedacht, das wäre ein Blut. Ich dachte, die hat sich betrunken und dann irgendwie die Flasche umgehauen. Ja, genau. Also, ich habe zuerst gedacht, das wäre ein Blut, weil dann zeigt die Kamera nach oben. Man sieht halt eine Flasche, die umgefallen ist. Und sie liegt im Bett. Also, sie hat das Geld, was sie schon von Mr. Judd gekriegt hat, schon auf den Kopf gehauen. Aber sie hat sich auch nicht mehr gewehrt, als sie umgebracht wird. Also, entweder war sie komplett besoffen, oder sie hat sich das einfach gesagt, komm. Ja, komm, machen wir, bringen wir das hinter uns. Ja, aber ich fand ihren Tod recht gut gespielt so. Also, ihr Gesichtsausdruck verändert sich ja nicht. Ja, genau, wie sie dann da liegt, nachdem sie erwirkt wurde. Und halt dieses Detail, dass die Kamera noch mal auf ihrer Hand filmt und dann der Ring entwendet wird. Auch ganz gut gemacht. Naja, dann haben wir eine ganz, ganz kurze Zwischenszene, wo Mr. Stewart im Wassertreiben von einem Polizisten gefunden wird. Da müssen wir, glaube ich, wirklich nicht weiter drüber sprechen. Und dann geht es noch mal zu Fanny Wadens Wohnung, beziehungsweise zur Haustür. Da ist Edgar Strauss. Der klingelt, aber die Tür wird nicht geöffnet. Und dann kommt im gleichen Moment Holt an. Weil Mr. Judd Fanny Wadens wegen Erpressung angezeigt hat. Holt weiß, also erkennt Edgar Strauss auch. Er weiß nämlich, dass er wegen Urkundenfälschung vorbestraft ist und aktuell nur auf Bewährung frei ist. Und dann merken die beiden halt, dass die Tür gar nicht verschlossen ist und sie reinkommen und dann finden sie halt die tote Fanny da in der Wohnung. Und Edgar Strauss ist ja einfach nur sichtlich berührt. Fanny, habt ihr noch was dazu? Ich nicht. Nee, ich glaube, ich brauche ein Frühstücksei. Ah, Silja, gute Überleitung. Wir sind jetzt bei Swordland Yard und Frühstück. Und da haben wir jetzt ja das erste Mal den Auftritt vom Chefinspektor. Und ich finde es komisch, wie selbstverständlich diese neue Figur in die Handlung eingebracht wird, als ob sie schon den ganzen Film dabei wäre. Ja, das stimmt. Und man erkennt es halt auch echt auf den ersten Blick nicht. Nee, ich habe gedacht, dass es ersetzt wurde. Hier, es gab während des Films bzw. des Dreharbeiten einfach mal eine Setzung in der Sir-Rolle. Ja, ich dachte auch, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, ist das jetzt Sir John? Nee, der hat, nee, also. Ich dachte, der hat sich rasiert. Weil für mich der Hauptunterschied ist, der eine hat einen Schnauze und der andere nicht. Schöner Satz von Eddie Aron in dieser Szene. Nachdem wieder ein Strick bei der Leiche gefunden wurde, wird ja in diesem Land niemand mehr erschossen. Das habe ich mir auch rausgeschrieben, fand ich genial. Ich bin ein Purge, wird in diesem Land niemand mehr erschossen. Und dann kommen sie ja, also dann wird ja so ein bisschen quasi Detektivarbeit geleistet. Holt vermutet ja, dass die Leiche gefunden werden sollte, damit man eben an einen Unfall glaubt. Und Sunny hat dann ja den einen Fall, dass irgendwie Zucker oder so an der Leiche befestigt werden könnte mit diesem Strick. Ja, und Holt leitet dann daraus ab, dass es ja ein Salzstein sein könnte, bei der er sich ja in Wasser auflöst. Ich fand aber die Herleitung echt gut, weil er nimmt ja das mit dem Tee, fand ich eigentlich ganz gut. Das ist halt so, ich denke mal, wie nennt sich das? Kommissar Zufall. Ja, Geistesblitz, oder? Dann hast du ja halt diese Schnittarbeit, es wird ja, die Ahren schiebt ja das Glas in die Kamera und dann kommst du in der nächsten Szene in den Darm der Pensionsleiterin wieder raus. In den Haaren, Entschuldigung, in den Haaren. Ja, genau. Und das ist jetzt die Vermieterin der Pension, Mrs. Brooks, und die erzählt Holt und Sunny, dass Mr. Stewart unbedingt in dieser Pension noch mal leben, äh, wohnen wollte, weil er dort vor 22 Jahren die schönsten Tage seines Lebens verbracht hatte. Und deshalb wollte er unbedingt noch mal da übernachten und Sunny bemerkt natürlich, dass es sehr romantisch klingt. Ja, und die belehren natürlich den Mrs. Brooks noch, dass eine kaputte Glühbirne nicht zerspringt. Mhm, und dann natürlich, natürlich muss auch Holt die Glühbirne eindrehen, das kann Mrs. Brooks ja auf gar keinen Fall selber. Ich hab mir übrigens notiert, dass ab hier die Handlung so langsam vom Gorilla von Soho abweicht. Da ist es nicht mehr eins zu eins kopiert im Gorilla. Ja, weil es geht erst dann wieder los, wenn die beim Pustin-Verleihe sind. Weil wir gehen jetzt in der nächsten Szene, es ist jetzt so, dass Gordon Stewart sich immer ein Taxi kommen lassen hat, der in der Nähe von der Pension immer parkt, und der hat ihn immer an zwei verschiedenen Orten gefahren. Also in der nächsten Szene sind wir auf dem Friedhof. Ich will mal kurz einhaken. Ich hab mich nämlich gefragt, wie die beiden den richtigen Taxifahrer gefunden haben. Hab ich auch gefragt. Da steht nur einer. Oder sie haben rumgefragt. Oder vielleicht ein Foto gezeigt. Nee, die haben ihn ja beschrieben. Ich denk mal eher, dass die einzelnen Taxifahrern befragt haben nach Gordon Stewart, weil die haben ja beschrieben, wie er aussieht. Und ja, beim zweiten waren sie direkt beim richtigen. Ja, also das ist irgendwie so ein bisschen weit hergeholt, aber auch nicht weiter schlimm. Also man braucht halt irgendwie wen, der jetzt die Handlung vorantreibt. Und in diesem Fall ist es der Taxifahrer. Genau. Und der bringt die beiden zum Friedhof. Friedhof ist tatsächlich eine Kirche in Ahrensburg, also hier in Schleswig-Holstein. Ja, und dann kommen die beiden ins Gespräch mit dem sympathischen, sie haben ihn ja als Meister angesprochen. Nennt man das dann Friedhofsmeister? Nee, oder? Naja, wenn es ein Steinmetzmeister ist, kann es schon sein. Ah, okay. Alles klar. Da wird ja ganz kurz auf diesen Grabstein ja geleuchtet. Und ich musste echt pausieren, damit ich lesen konnte, was draufsteht. Ja, es steht was Falsches drauf. Oder es wird später was Falsches gesagt. Silvia und ich haben da vorhin schon drüber geschrieben. Ja, wir haben vorhin mal diskutiert schon, weil auf dem Grabstein steht da drauf, dass eine Margaret und eine Luisa Finlay da gestorben sind. Und die Margaret ist die Mutter und die Luisa die Tochter. Aber später wird eine Catherine als Mutter benannt. Ich weiß nicht, also Silvia und ich haben uns vorhin darauf geeinigt, dass es ein Fehler sein muss. Ich fand auch genial gemacht, wie der Meister den Mann beschreibt, der schon vor einer Stunde da war und die gleich Fragen gestellt hat. Weil er beobachtet, er guckt ja Sani an und sagt, ja, gekleidet wie sie, ja, ein bisschen älter, Gesicht, kann ich nicht beurteilen. Er hat eine Sonnenbrille getragen. Ja, und da wird der Verdacht so ein bisschen auf Strauß gelenkt, fand ich direkt schon, weil er ist der Einzige, der in diesem Film eine Sonnenbrille trägt. Ja, aber der ist doch keine 40. Ja, habe ich mir auch rausgeschrieben. Wer ist das jetzt eigentlich? Weil eigentlich kann es ja nur einer von den Judd-Brüdern gewesen sein. Also ich gehe mal davon aus, dass es... Aber die sind doch älter als 40. Also vielleicht kann der auch einfach nicht schätzen, der Meister. Vielleicht hat er auch einen über den Tee getrunken, also einen über den Durst gesoffen. Na gut. Wie man das ja so als Grab... Handwerker macht. Ja, als Handwerker macht, ne? Weil die sitzen da ja auch und frühstücken oder machen Mittag. Ja, also zumindest wird ja der Verdacht extrem heftig auf Edgar Strauß gelenkt, weil es fällt dann ja noch der Satz, den ich mir auch notiert habe, weil ich den ganz witzig fand, von hier Holt gegenüber Sunny. Wenn sie mir jetzt noch sagen können, wer der Mann mit der Sonnenbrille war, dann haben sie einen Hosenband-Orden verdient und dann haben wir einen Schnitt direkt zur Bar, wo ein Mann mit der Sonnenbrille gefilmt wird, Edgar Strauß. An sich kann der ja gar nicht so sehr in die Story da verwickelt sein. Der weiß ja gar nicht über Catherine und Eleanor Finlay Bescheid. Es könnte natürlich auch sein, dass es Absicht war und derjenige absichtlich auf Edgar Strauß, der mit dem Sonnenbrillentick quasi auf den die Schuld schieben wollte. Ja, ich finde das auch ganz witzig, wie sie da zu Beginn, als sich Holt und Sunny vorstellen, auch so ihre Späßchen mit dem Meister da machen und so. Das ist ein ganz sympathischer Charakter. Wobei Sunny ja sich doch, glaube ich, ein bisschen beleidigt fühlt, dass er quasi mit demjenigen verglichen wird, obwohl ja gar nichts Böses gesagt wird eigentlich. Nö, der zieht ihn ja nur in Betracht, weil er das Ähnliche trägt, wie der Mann, der schon vor da war. Vielleicht, weil sie den Mann sofort verdächtigen und Sunny das nicht auf sich sitzen lassen will, dass er aussieht wie jemand, der was Kriminelles vorhat. Aber wie gesagt, wir haben dann den Schnitt zur Bar, mal mit der Sonnenbrille Edgar Strauß und Flimmerfried ist auch am Start. Die beiden spielen wieder am Pokertisch und trinken. Und trinken. Und trinken Apfelsaft. Sag dem Barkeeper, dass du ein Bulle bist, dann kriegst du einen Apfelsaft umsonst. Das ist das Ehrpuff hier. Ähm, also Flimmerfried und Strauß, sie schnacken dann so ein bisschen und dann kommen sie irgendwie darauf, dass David Judd einen Schlüssel zu Fanny Waydens Wohnung hatte. Und sie vermuten deshalb, dass, ähm, ja, dass Steven Judd dann den Schlüssel vielleicht nach Davids Tod bekommen haben könnte. Strauß will dann schon den Gedanken äußern, dass man Judd dann ja erpressen könnte, aber Flimmerfried kommt ihm zuvor, er unterbricht ihn und ruft dann selber bei Judd an. Bleiben Sie mal sitzen, Sträußchen. Genau, spielen Sie mal schön weiter, Sträußchen. Wer Bewährung hat, muss sich auch bewähren. Naja, ähm, Flimmerfried ruft dann halt bei Judd an. Wie gesagt, erpresst ihn damit, dass die Polizei ja die Person suche, die den Schlüssel zu Fannys Wohnung besitzt. Und, ähm, daraufhin lädt ihn Judd ein, eine Stunde später ins Büro zu kommen. Wir haben aber den nächsten Schnitt und der Taxifahrer bringt die beiden, also Gordon, äh, Gordon Stewart, sag ich schon, ähm, Larry holt und Sunny zum Kostümverleih, weil dort Gordon Stewart auch hingebracht wurde. Des Öfteren. Der Laden heißt ja Fancy Dress Costumes and Evening Suits on Loan. Äh, ist euch aufgefallen, dass bei Kostüms ein E fehlt? Naja, hab ich nicht drauf geachtet. Müssen wir uns einfach nur Kostümverleih. Da steht Kostum, also C-O-S-T-U-M-S, ohne E. Müsste eigentlich ein E dabei sein. Ach, diese Deutschen. Ja, das, äh, naja. Genau, aber Überraschung, Nora Ward öffnet und, ähm, erzählt, dass ihre, äh, in Anführungszeichen ihre Tante die Betreiberin des Ladens ist und, äh, verschwunden ist, weil sie einen Anruf bekommen hat, dass Nora im Krankenhaus liegen würde, was da offensichtlich nicht stimmt. Ähm, und jetzt ist sie halt verschwunden und, äh, Nora erzählt dann auch noch, dass sie ein Waisenkind ist und Ella Ward sich halt nach dem Tod der Mutter, ähm, um sie gekümmert hat. Und jetzt hab ich ne Frage. Woher wussten die Gebrüder Judd, wo die Tante wohnt? Ist so ein bisschen dieselbe Frage wie beim Gorilla von Soho, oder? Richtig, richtig, richtig. Da, da frag ich mich wieder, da hab ich andersrum wieder mit mir in den Gedanken gedrungen, das hätten die doch im Gorilla von Soho doch einfach besser machen können. Naja, dann war vielleicht Gordon Stewart doch noch nicht tot und sie konnten ihn noch befragen? Ja, dann wirst du mal eine Szene halt reinbringen, wie man ihn kurz befragt, wie er irgendwie an einem Stuhl gefesselt ist. Äh, und man ihn befragt, was er in London gemacht hat oder so. Aber dann müssten die halt auch wieder wissen, was Gordon Stewart direkt hier in London macht, weil die haben ihn ja nur umgebracht wie in einer Versicherungssumme. Das ist ja, oder es ging erst jetzt dann ja darum, dass, ähm, jemand anderes das Geld ja erben soll von ihm, weil er seine Tochter ja, äh, beziehungsweise kennenlernen wollte, beziehungsweise eine Stunde vor von ihr erfahren hat. Mhm, ja, ich glaub, das ist jetzt wirklich das erste Plothold des Films. Also, das erschließt sich mir wirklich nicht. Es wird halt nur klar, dass es der Mann vom Friedhof ist, der halt an der Tür geklingelt hat vom Kostümverleih, weil er wird ja auch von der Mitarbeiterin, von der Tante ja auch direkt so beschrieben wie der Mann vom Friedhof. Genau. Er geht währenddessen zum Arzt, zum Gerichtsmediziner oder was das ist. Der ist dann im Leichenschauhaus und, äh, der hat einen Zettel gefunden bei Gordon Stewart, eben wieder mit Blindenschrift. Und es wird eben davon erzählt, okay, der hatte eine Tochter und die ist vor 22 Jahren gestorben. Und da gehen sie eben immer noch von der Quelle des Grabsteins quasi aus. Davon abgesehen, ganz kurze Zwischenszene, er bekommt halt auch noch das Papier mit der Blindenschrift überreicht. Das ist wichtig für die jetzt folgende Szene. Ähm, weil wir jetzt halt vor, vor der Wohnung von Nora Ward sind und Sunny verabschiedet sich dann. Das ist, das ist schon wieder so süß, oder? Ja, aber flirtet er da mit ihr, oder? Nein. Der kann ganz schön flirten, ne, Junge, doch. Er möchte ja, also Sunny will ja eigentlich eine Tasse der Tee haben. Ich, ich meine, wir kennen alle dieses Code, was willst du noch mit Kaffee drauf kommen? Zwar schon ein bisschen älter. Ja, und Nora macht aber sehr deutlich, nee, sie haben doch was Besseres vor und, äh, ah, wie schaut sie mit heiraten aus? Und was ist überhaupt mit Larry? Wie, also... Fand ich aber auch geil, von wegen, erstmal geht's um eine Tasse Tee und dann ist es plötzlich, wieso heiraten sie nicht? Hä? Geiler Themenschwung. Naja, weil wer wartet denn sonst auf ihn, um einen Tee zu trinken? Natürlich nur seine Frau. Weil man mit sonst niemandem Tee trinken darf. Ja, aber Sunny sagt ja, Sunny sagt ja auch, wer selten zu Hause ist, der heiratet nicht. Oder ist nicht verheiratet. Ja. Ja, okay. Ja, geht, glaube ich, nicht so wirklich. Äh, was ich aber noch witzig finde, ähm, dann verabschieden sie sich ja und er vergisst, ihre Handschellen zu lösen. Äh, der Schlüssel steckt in seiner Melone und dann sagt er ja so, und das fand ich, das hab ich mir notiert, weil ich das irgendwie so süß fand, wie er das sagt. Ich bitte sie herzlich, mir meine begreifliche Verwirrung gütigst nachsehen zu wollen. Äh, so ein Eddie Arendt-Satz, oder? Ach, Eddie Arendt. Oh. Ja, was er auch vor sagt bezüglich Holt und Heiraten. Der hat vielen Lebenslängen nicht verschafft, ist aber selbst immer drumherum gekommen. Ja, das sind einfach so Formulierungen, die hört man heute nicht mehr. Also, dieses gütigst nachsehen zu wollen, das ist schon schön. Die deutsche Sprache kann schon schöne Sachen. Naja, äh, Nora geht dann das Treppenhaus hoch und sie hört dann, dass eine Glühbirne zerbricht. Der aufmerksame Zuschauer oder die aufmerksame Zuschauerin weiß jetzt, okay. Ja, die ist kaputt. Die ist die Glühbirne kaputt, genau. Nicht mehr und nicht weniger. Nee, also, man könnte ja wissen aus der Szene in der Pension von Mr. Stewart, ähm, dass der blinde Jack am Start ist. Und der ist dann ja auch wenige Momente später wirklich da und überfällt Nora. Allerdings kann Holt, der das alles irgendwie mitbekommen hat, weil Nora ja richtig laut schreit und, äh, er stürmt dann das Treppenhaus hoch, er kann, äh, den blinden Jack dann in die Flucht schlagen. Da hab ich mich aber gefragt, warum war Holt in der Nähe? Ja, das, das war, das wird ja dann im Gespräch klar, weil, das hast du ja schon selber gesagt, Mats, in der vorherigen Szene hat er ja im Leichenscher Haus den Zettel gekriegt und er wollte ihn ja direkt übersetzt haben. Und da Sunny Nora nach Hause gebracht hat, wusste er ja, wo Nora ist. Das Timing war einfach nur gut, dass er zur rechten Zeit im rechten Moment da war. Ja, okay, nee, dann hab ich da, als die beiden gesprochen haben, nicht so richtig aufgepasst, weil, äh, was mich dann wieder total beschäftigt hat, das hatten wir im Frosch mit der Maske auch schon, Holt duzt Nora dann das erste Mal, als ob es ja ganz selbstverständlich wäre. Und sie duzt ihn dann ja auch sofort zurück und, äh, da, jo, haben wir, das läuft jetzt zwischen den beiden. Ist halt nur wirklich vom, vom Timing echt seltsam, weil, äh, Holt ja zwischendurch noch im Leichenscher Haus war und dann zu ihr fährt, während sie ja direkt heimfährt. Also das, ich weiß nicht, was sie mit Sunny gemacht hat, doch noch einen Tee getrunken, oder? Also realistischer wäre, realistischer wäre es ja gewesen, wenn, wenn Sunny das dann hört, weil er irgendwie noch, weiß ich nicht, im Auto war oder so. Ja, genauso wie es eben im Gorilla dann umgesetzt wurde, da ist es ja wirklich. Genau, aber, aber dann, äh, hätte sie ja da nicht das Papier mit der Blindenschrift übersetzen können, wobei, das hätte man dann auch in der nächsten Szene machen können, also, ja. Was ich schon sagte, das war einfach Timing und Sunny fährt einfach sehr entspannt, weil er soll sie ja sicher nach Hause bringen, deswegen rast er ja nicht. Ja, wahrscheinlich. Also, dann entziffert Nora noch den Text auf dem Papier, ähm, und da steht jetzt nicht Unfall, sondern Mord. Und also, damit ist ja Holt's Verdacht bestätigt. Ja, dann haben wir, äh, den Schnitt zur Greenwich Assurance, wo, äh, Flimmerfried ja von Judd quasi eingeladen wurde, doch nochmal vorbeizukommen, um diese Erpressung zu besprechen. Allerdings ist Judd nicht da. Und dann sehen wir ja auch zu Beginn der Szene, wie, äh, dieses Schild, dass der Aufzug defekt ist, äh, weggenommen wird. Und natürlich läuft Flimmerfried, äh, in diesen defekten Aufzug rein, fällt dann so runter, klammert sich an der Stange fest, ist eigentlich genauso wie beim Gorilla von Soho. Und dann kommt Strauß. Wobei, da ist ja noch dieser, dieser, das Loch hier abgedeckt, ist aufgefallen eigentlich? Also, da gibt's ja noch, ich sag mal, was ist das, eine Plan, die drüber gespandet ist? Oder Papier? Oder ein Banner oder so? Ja, das, das ist aber im Buch auch genauso. Also, da kommt die Szene auch so ähnlich vor, ähm, und da wird das exakt gleich beschrieben, dass da eben auch, ähm, der Aufzug gerade umgebaut wird und die da eben irgendwie so einen Zwischenboden reingelegt haben, aber der eben als defekt markiert ist. Dann hörst du noch diesen langgezogenen Schrei aus dem Fahrstuhlschach. Oh, ich fand den Grauen voll, im positiven Sinne. Also wirklich, markerschütternd. Ja, also ich konnte die Reaktion von der Putzfrau und von dem Hausmeister da echt gut verstehen. Also ich hätte da, glaube ich, nicht reingeguckt, weil man kann ja schon am Geräusch ahnen, also am Schrei ahnen, was da passiert sein mag. Was ich aber auch geil fand, dass, äh, Strauß, Strauß steht da noch oben und dem wird ja bewusst, äh, scheiße, äh, wie komm ich jetzt runter? Weil, äh, unten direkt im Eingang kommt ja auch noch, äh, Steven Judd ja noch. Das fand ich auch gut, dass er in dem Moment nochmal gezeigt wird, ähm, weil... Ja, damit man weiß, wer es denn war. Ja, genau, zum einen das und zum anderen hatten die beiden ja auch eine Verabredung. Ähm, wir sind wieder an der Blindenanstalt, beziehungsweise davor und Nora und Holt gehen zur Tür rauf, werden reingelassen und dann siehst du in dem Moment, wie der, wie der Jack unter der Treppe steht und dann siehst einfach nur diesen, diesen Treppenschlitz und dachte ich so, das ist wie bei S. Und dann muss es nur noch sein von wegen, hello Georgie. Ist mir zu gruselig, hab ich nie gesehen. Das ist die Szene aus, äh, ist die Szene aus S, wo, äh, der Clown, ja, was ist das, in der, in der Abfluss, im Abfluss an der Straße steht und das Boot da rein fließt. Ja, ja. Von, von Georgie und, äh, der Clown begrüßt sie mit, hello Georgie. Fand ich mich so direkt zurückerinnert. Also, boah, auch diese, du siehst ja nur die Augen von, von, von blinden Jack. Also auch wieder perfekt in Szene gesetzt mit den Lichtinfekten. Und wir haben halt wieder dieses Thema, dieses musikalische Thema. Mhm. Ähm, was ja auch in der Szene, noch bevor sie ins Blittenheim gehen, passiert ist, also Sunny ist ja dabei und der trifft dann ja einen Mr. Jones und die gehen zusammen zur Blossom Lane 27, also quasi ein Haus weiter. Wer auch immer das ist. Das hab ich nicht so ganz verstanden, wer das, ja, genau, wer das ist. Denken wir, ist das vielleicht der Doppelposten, der auch später erwähnt wird? Hatte ich dann mir auch so erschlossen, aber es wird halt in dieser Szene nicht klar, ist das jetzt irgendwie ein Hausmeister von nebenan? Also irgendwie ein Nachbar, der dann das Umfeld erklären soll? Oder gehört der zur Polizei dazu? Ja. Also für mich war es der Doppelposten, der auch in einer späteren Szene angedeutet wird. Ja, aber in der Szene wird's einem halt nicht klar. Da ist halt jetzt nochmal irgendwie ein Mensch. Das ist der scharfe Eddie, ein schmieriger Informant. Als die beiden ins Foyer kommen, dann ruft Nora Ward ja nach Reverend Dearborn und ich verstehe jedes Mal, Reverend Beerbong. Okay, nee, hab ich nicht verstanden. Verstehe ich jedes Mal. Naja, die beiden wollen auf jeden Fall mit Lou Norris sprechen, aber der ist nicht mehr im Heim und Reverend meint ja noch so, oh, ich hab gerade erst die Vermisstenanzeige aufgegeben. Aber Holt ruft dann in der Gerichtsmedizin an und erfährt halt, dass Lou Norris ermordet wurde. Es gibt da so eine ganz komische Szene noch, weil man ja sieht, wie Jack durch ein Bücherregal irgendwie reinkommt und dann durch ein Bücherregal wieder rausgeht. Guckt einmal kurz was ab, oder nee, geht ja nicht, kann ja nicht gucken, ja. Warum, wieso das gemacht wird, das wird später klar, kann ich aber dann erklären. Das wird mir nämlich nur durch das Buch klar, dann erklär mir mal bitte durch den Film. Wir haben später eine Szene, da ist ja Jack im Auto und wird zu seinem richtigen Schlupfwinkel gefahren und da wird ja darüber geredet, dass Jack schon zweimal verschissen hat, Nora zu entführen. Und ich denke mal, dass das das erste oder das zweite Mal war jetzt. Okay, ja. Das erste Mal halt in dem Flur oder in dem Wohnungsflur von Nora und jetzt das zweite Mal in der Blindenanstalt. Ah, okay, okay, ja, das erklärt's. Weil er sieht ja, er hört ja dann auch, wie plötzlich den Holt telefoniert. Er weiß ja nicht, dass er da dabei ist, weil in der Szene, also an der Szene an der Tür hat ja, glaube ich, nur Nora gesprochen. Gefährliches Halbwissen gerade, aber das ist für mich die einzige logische Erkenntnis, dass eigentlich Jack nochmal versucht hat, sich Nora zu angeln. Er es aber nicht geschafft hat, weil Holt halt einfach dabei ist. Okay, weil im Buch entführt es sie nämlich in so einer Szene wirklich. Ah. Und bringt sie da dann aber nicht um. Logischerweise. Und wird deshalb dann bestraft. Und das wurde dann wahrscheinlich quasi aus dem Buch so ähnlich adaptiert. Aber da wollte man wahrscheinlich die ganze Entführungsszene einfach im Film nicht darstellen, weil das dann natürlich viel mehr Zeit kostet und hat das dann so ein bisschen reingebracht. Aber als das so gezeigt wurde, dachte ich mir so, okay, der kommt da durch ein Bücherregal rein und geht wieder raus. Aber was soll denn das? Was ist da passiert? Finde den Fehler. Also ich habe auch geguckt, okay, ist jetzt da irgendwer weg? Ist irgendwas anders? Keine Ahnung. Das soll einfach nur zeigen, dass die Fiesewichte ein schwenkbares Bücherregal haben. Was ziemlich cool ist. Wir haben noch die, dass am Ende sich der Fördner auch verdächtigt macht, weil er wird ja gefragt, ob er Blindenschrift kann. Und er schreit ja so richtig so, nein! So richtig wie so ein langgezogenes und helles Lein, als wenn man ihm direkt schon was anhängen will. Und er guckt den ja auch, genau, die Kamera filmt ja weiter, er macht die Tür zu und schaut den her und grinst so. Also es wird einfach auch noch mal ein bisschen Verdacht auf den Fördner gelenkt. Und dann, ich meine, das ist jetzt auch in der Szene, dann geht das ja noch mal zu Blossom Lane 27, also zu Sunny und Mr. Jones und die beiden sehen einfach, dass es total runtergekommen ist und ja, da kann ja keiner wohnen. Ja, da haben wir jetzt auch so eine Szene mit so einer Kameraeinstellung wieder, dass Sunny ja, beziehungsweise das Auge ist dann die Kamera und du hast einfach den Blick durch dieses Loch im Zaun auf Nachbargrundstücken. Fand ich da aber ein bisschen besser als die Szene mit dem Mund. Ja, das stimmt. Okay, dann geht's weiter zur Green Edge Assurance wieder. Und Mr. Judd, das ist wahrscheinlich der nächste Tag so, Mr. Judd, er wird im Aufzug dann von Matthew Blake überrascht. Matthew Blake ist der Besitzer der Bar, die jetzt schon in zwei Szenen gezeigt wurde. Und Strauß hatte Spielschulden bei ihm. Und der meinte so, ja, hier mein Chef, Mr. Judd, der kann die begleichen. Kann er natürlich nicht. So einen Chef will ich auch gerne. Ja, meinte er, meinte er, Stephen Judd auch, ja, da kann ja jeder kommen. Ja, genau. Ja, aber Holt wartet schon auf Judd im Büro, erzählt Judd ihm dann, dass Strauß gefeuert wurde. Es geht kurz um den Tod von Flimmerfred, bevor Judd dann Holt offenbart, dass er bankrott ist. Ja, und uns wird offenbart, dass Blake sein linkes Auge im Gefängnis von Dartmoor verloren hat. Wird für später auch nochmal wichtig, wieso er sein linkes. Weil er der Mann mit dem Glasauge ist. Äh, nein, falscher Film. Ich war ganz sichtlich erschrocken, hä? Und man erfährt eben, dass die Versicherungssumme von Gordon Stuarts Lebensversicherung eben ausbezahlt wurde in bar an seine Tochter. Es wird aber kein Vorname erwähnt. Doch, doch, es wird Eleanor Finley gesagt. Eleanor Finley. Und die Adresse von Holt ist angegeben worden. Aber dann müsste aber Holt da ja verstehen, ach so, Moment, dann kann das ja gar nicht die, wer ist die tote Tochter? Luisa. Ja, er riecht das, glaube ich, auch, weil Mr. Stewart, äh, nicht Mr. Stewart, Mr. Judd sagt, dass die Versicherung an eine Eleanor Finley ausgezahlt wurde. Und dann sagt Holt, ähm, Stuarts Tochter hieß Luisa und die ist tot. Ja, ja, dann ist es so rum. Und er sagt ja dann auch nur, dass das schwarz auf weiß hat und sie vor einer Stunde oder so da war und das Ganze unterschrieben hat. Genau, und auf der Quittung der ausgezahlten Versicherung ist dann auch noch die Adresse von Holt's Wohnung angegeben. Die es übrigens nicht wirklich gibt. Also nicht in London. Okay. Nicht in London, aber in England. Ist, ist euch, ist, sehr viele Wichseranspielungen heute. Ähm. Das macht der Alkohol. Ja, safe. Prost. Ist euch. Sprich dich aus. Oder habt ihr verstanden, wer diese Versicherung, äh, wer diese Versicherung abgeholt haben soll? Beziehungsweise nein, er faked das ja wahrscheinlich einfach nur, ne? Ja, das ist es, also für mich ist es einfach nur Okuntenfälschung. Ja. Mit Flüchtigkeitsfehlern. Mit Flüchtigkeitsfehler, ja. Falscher Name, falsche Adresse. Ja, woher auch die Adresse von Holt weiß, frage ich mich ja auch. Ja, weil das ist ja dann einfach nur dumm, die Adresse zu nehmen. Da hätte ich halt dann irgendeine genommen. Ja, also das erschließt sich mir null, warum da jetzt die Adresse von Holt's Wohnung angegeben ist. Ja, einfach um den Holt zu verarschen. Meiner Meinung nach. Weil das, was sich die erschreckt. Ja, da wohne ich ja. Ich bin ein alleiniger Mieter. Was soll der, was soll der Bums? Ja, weil es würde ja viel mehr helfen, wenn es irgendeine andere Adresse wäre, damit das nicht direkt versteht. Und. Ja. Dann gar nicht so viel rauskriegt. Also dann, dann hätte ich lieber die First Street whatever genommen. Ja, da hätte man doch eigentlich die Adresse eintragen können von dem Kostümverleih. Ich meine, die wussten ja auch die Adresse. Ja. Wäre einfacher, anstatt jetzt den Holt zu verarschen und ihn sozusagen auf die richtige Spur zu lenken, dass da doch die Greenwich mit von der Partie ist. Weil, was wir nicht erwähnt haben, es wird ja erwähnt, dass die Greenwich Bankrott ist, weil ja diese Versicherungssumme ausgezahlt werden musste. Ja. Ja, und weil die Rückversicherer sich eben weigern, weiterhin zu zahlen. Wahrscheinlich, weil eben jetzt schon der dritte oder vierte Mord innerhalb von so vielen Jahren passiert ist und die einfach irgendwann sagen, Moment mal. Deswegen wurde ja auch Strauß gekündigt, weil der konnte, Judge konnte sich kein sicher Thema leisten. Ja, vor allem keinen Mitspielschulden. Richtig, richtig. Wir gehen weiter. Wir sind im Transporter auf einer, ja es ist Mülldeponie, ne? Ja. Und Jack sitzt hinten auf der Ladefläche und spricht durch ein, was ist das? Ja, Sprechrohr zum Fahrer. Und das ist wie der Alfred Forer, der widerspricht. Und dann kommt eine Szene, die im, also in der Fernsehvariante geschnitten wurde, weil Jack wird brutal mit sieben Schüssen ins Gesicht ermordet. Ja. Also das war ein bisschen viel, oder? Ja, bam, 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 bam. Der ist so, was ist denn jetzt los? Einer würde ja auch reichen. Alter. Und auch die, wie Jack, also der blinde Jack dann halt auch spricht von wegen, nein, nicht töten. Er will brav sein, also echt wirklich wie so ein kleines Kind, wie es ja auch schon gesagt wurde, dass er den Verstand eines Dreijährigen oder Vierjährigen hat. Ja, also einfach total untergeben war nichts weiter als seine willenlose Mörderpuppe. Taxi! Er wirkt halt da so vielschichtig in dem Film. Ja. Also einerseits dieser brutale Mörder, aber wenn es dann an sein eigenes Leben geht, da kann ich es dann auch irgendwie nachvollziehen, wie er da dann reagiert und dass er da dann wirklich Angst um sein Leben hat. Er sieht ja auch nicht, dass ihm die Knarre hier ans Gesicht gehalten wird, ey. Das ist ja auch noch viel, viel krasser, weil du hörst es ja auch nicht, dass die Pistole ja ans Gitter so gehalten wird und dann hörst du diese Schüsse und dann wird dir die Leiche auch einfach gnadenlos auf der Deponie abgeladen. Und du siehst ja dann in der Stussszene von dieser Szene, wie man einfach nur das Gesicht filmt vom blinden Jack. Also echt brutal, diese Szene und gnadenlos. Ja, und er wird ja für verhältnismäßig wenig umgebracht. Also er hat ja Nora zweimal entkommen lassen. Das ist der Grund, warum er erschossen wird. Und hat davor eigentlich genügend gute Dienste geleistet. Ja, da hat er richtig abgeliefert vorher. Er hat ja richtig gut Menschen umgebracht. Gehen wir weiter. Wir sind wieder in der Bar von Matthew Blake und Nora steht an der Tür und die beiden kennen sich. Weil Nora hat Matthew Blake während der Zeit im Krankenhaus gepflegt, weil der ja, wie wir schon vorher zur Erfahrung gekriegt haben, hat der im Gefängnis von Dartmoor sein linkes Auge verloren und hat jetzt nur ein Glasauge. Und da wurde mir das erstmal klar, ey, der hat ja nur ein Glasauge. Das ist mir vorher nicht bewusst geworden in der Szene bei Greenwich. Nee, mir auch nicht so richtig. Genau, das ist mir aufgefallen. Aber ich hatte jetzt nicht den Gedanken, dass es ein Glasauge sein könnte. Nee, und Matthew Blake hat Nora für die gute Tat, die Nora ja geleistet hat, ihr was versprochen angefallen. Und sie will einfach wissen, wo der Schlupflingel vom blinden Jack ist. Und teilt ihr mit, dass der tot ist. Wir haben dann eben die nächste Szene bei Scotland Yard. Und da sind anfangs ja Holt und Sunny eigentlich ganz gut gelaunt. Die überlegen so ein bisschen, was das jetzt für ein weißer Lieferwagen sein kann. Und es gibt so einen schönen Wortwechsel. Da geht es ja darum, dass Sunny dann ja für Holt stricken könnte, sobald er irgendwie Kinder bekommt. Er fragt, nehme ich blau oder rosa? Holt guckt ihn an, sicherheitshalber beides. Und Sunny ist nur so, Sir. Und dann kommt dieses debile Lachen für mehrere Sekunden, wo ich mich, ich habe mich gefühlt wie am Ende einer Drei-Frage-Zeichen-Folge. Aber Mats, das mit dem debile Lachen, das kommt ja am Ende des Films ja sowieso dran. Ich fand auch den Gag, wie Sunny Miss Ward am Telefon begrüßt mit Miss Holt erstmal. Und Holt guckt ja auch so richtig so, was sagst du denn jetzt für ein Scherzkeks? Genau, und Nora ruft halt an und wie gesagt, sie weiß dann, wo Ella Ward gefangen ist. Und dann geht es halt zur Befreiungsaktion auf diese, ja, was auch immer das ist, eine Müllheide, Kanadisation, weiß ich nicht. Ich dachte, eine Lagerhalle. Also für mich war das irgendwie eine Lagerhalle. Es wird Feuer gelegt von dem Mann im Regenmantel. Genau, der wirft halt so ein brennendes Stück Stoff, Kleidungsstück oder sowas in die Zelle. Das Feuer breitet sich aus, aber natürlich wird Ella Ward dann noch rechtzeitig von der Polizei gerettet. Sie will ja auch wieder backen. Sie will auch wieder backen, weil sie schreit ja wieder nach Hefe. Ja, dann geht's zurück zu Scotland Yard. Ella Ward hat sich beruhigt und verrät Holt und Sunny, dass Noras Mutter halt Catherine Finlay hieß. Und neben der Tochter Luisa noch eine weitere Tochter hatte. Also sie gebahrt Zwillinge damals. Und das ist eben Nora Ward, die eigentlich Eleanor Ward heißt. Und sie hat halt überlebt, während Catherine und Luisa Finlay bei der Geburt gestorben sind. So, und jetzt habe ich eine Frage, weil jetzt haben wir wieder die nächste Lücke, die nächste Plotlücke. Sunny und Holt wissen ja jetzt, wer wirklich Nora ist. In der übernächsten Szene hast du Sunny und Nora, die halt auf Holt warten. Und Sunny erzählt hier einfach mal nicht von wegen, ey, du hast einen Vater, der umgebracht wurde und das ist eigentlich nicht deine Tante, sondern du bist Tochter von Catherine Margaret Finlay. Erzählt es ihr aber nicht. Stimmt, ja. Er gibt Wichtigeres. Ja. Es lag wohl daran, weil es im Buch ganz anders dargestellt war. Da hat nämlich die Miss Ward schon früher verstanden, wer sie denn eigentlich ist. Und schon früher erkannt, dass sie eben die Tochter von Stuart ist. Und das nämlich Holt verheimlicht. Da ist es nämlich umgedreht. Und dann wusste man wahrscheinlich im Film nicht so genau, wie man das darstellen soll. Und hat es dann vielleicht ganz rausgelassen. Dann hätte man eigentlich nur zwei Sätze einbauen können von wegen, Nora, weißt du ja nicht, wo du wirklich bist? Und Nora antwortet, ja, weiß ich schon, habe ich mir zusammengereimt. Punkt. Ja. So geht das nicht hundertprozentig auf. Auf jeden Fall fällt der Verdacht jetzt für Holt ganz eindeutig auf Steven Judd, weil seine Geschichte mit der Versicherung halt gar nicht mehr aufgeht. Und dann sind wir ja auch in der nächsten Szene bei der Greenwich Assurance, wo Holt das leere Büro von Judd betritt. Und da finde ich jetzt die Kameraeinstellung, als er in das Büro geht, total gut, weil er wird ja von hinten gefilmt. Und dann. Ja, genial. Genau, und dann hörst du ja, bleiben Sie stehen und so weiter. Und dann hebt er ja auch noch die Hände und so. Also man beobachtet ihn ja quasi aus der Perspektive des scheinbaren Unbekannten, der ihn da jetzt bedroht. Bis sich dann herausstellt, dass niemand im Raum ist und die Stimme nur vom Band kommt. Ja, das hat mich total an James Bond erinnert. Irgendwie. Also auch dieses, wie er sich umdreht, ist er auch dieser klassische James Bond. Ja, in der Hocke, ne? So ein bisschen so. Ja, genau, genau, dieses in der Hocke mit Pistole halten und so. Und auch alles, was danach folgt. Also wie er dann diesen Tresor entlarvt. Also er sieht ja dann, okay, das war jetzt nur ein Tonband. Da ist ja gar niemand. Er schnappt sich einen Strick dann auch von der Gardine, wickelt das um die Schranktür, versteckt sich hinterm Schreibtisch. Hat ein bisschen was von MacGyver gehabt, weil es wird ja, es ist ein Fernseher, ne? Der da eigentlich, also eine Fernsehertür und aus dem Fernseher kommen dann ein paar Schüsse raus, die eigentlich dann für Holt gedacht sind. Und der macht es ja auch richtig und stellt sich ja auch direkt tot. Also der legt sich ja vor dem Fernseher und, ja, Edgar Strauss betritt die Bühne. Und denkt natürlich, dass sein Trick funktioniert hat. Genau, und Holt überwältigt ihn darauf hin. Er Holt wiederum wird dann von einem anderen Unbekannten niedergeschlagen, der dann kurz darauf in den Raum kommt. Das ist ja offensichtlich Steven Judd. Ne, 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 ne. Meinst du nicht? Ne, weil Strauss wird ja dann wach und fragt, fragt ja, wer das ist. Ah, stimmt, ja. Genau, genau. Also es könnte ja eigentlich nur dann David Judd gewesen sein. Oder Steven Judd mit Sonnenbrille. Ja, aber das hat mich auch irritiert, wer das jetzt sein soll, weil es kann ja nur einer der Judds sein. Sonst kommt ja niemand in Frage mehr. Ja, gut, das kann sein. Auf jeden Fall, es muss einer der beiden sein, weil in ein paar Szenen weiter Holt dann ja gefesselt im Blindenheim ist, beziehungsweise in der Blossom Lane 27. Und der muss da ja von den beiden irgendwie hingebracht werden. Dann haben wir diesen ikonischen Satz von Klaus Kinski. Ich hab doch nur getan, was man von mir verlangt hat. Oh, das ist legendär. Ja, dann stürzt die Puppe Klaus Kinski aus dem Fenster, weil man sieht echt in der Szene, dass es eine Puppe ist. Ja. Und dann sieht man ja, wie so ein paar Passanten den auf der Straße liegenden Leichnam sehen und darunter ist auch Matthew Blake. Und der nimmt dann sein Schuldenbuch raus, streicht den Namen von Edgar Strauss durch und setzt ein Kreuz unter die Schulden. R.I.P. Edgar Strauss. Hauptsache, er hat jetzt sein Schuldenbuch dabei. Ja, immer am Start. Ich finde, das ist echt eine coole Szene. Zum einen halt wegen dieser Kameraeinstellung, über die wir schon gesprochen haben. Und zum anderen ist sie auch sehr, sehr still. Wir haben kaum Musik oder Dialog. Ja, aber es ist halt auch so energetisch und es bringt so ein Element in die Rolle von Blackie Fuchsberger, weil das einfach so dieses intelligente Handeln ist. Also er erkennt diesen Trick und kann aber den anderen auch noch einfach foppen quasi und dessen Trick wiederum umdrehen. Ja. Also das ist schon sehr schlau gemacht, weil ansonsten wirkt er in dem Film jetzt nicht so, also in diese Richtung clever. Dann haben wir eine ganz kurze Szene bei Scotland Yard, wo sich Sunny und Nora eigentlich nur aufteilen. Also er will nochmal zu Greenwich rüber, Nora will ins Blindenheim, weil Holt halt verschwunden ist. Ja, nee, Sunny setzt Nora auf den Förtner an. Sie ist ja auch ausgebildete Polizistin bzw. so ein Sargeant, Sarge. Und sie soll den Förtner ja im Auge halten, weil der ja sehr verdächtig ist. Ich meine, wenn der wirklich ein Bösewicht wäre, dann würde ich doch nicht einfach eine 22-Jährige darauf ansetzen, den Förtner zu beobachten. Ja. Aber ich finde auch, dass Sunny in dieser Szene unglaublich gefasst und Herr der Lage ist, ohne zu stricken. Weil man sieht ja, also Matt ist schon so ein bisschen den Wandel von Sunny, dass er auch direkt eins in eins namens wird, weil es wird nicht klar, dass halt Edgar Strauss das Opfer ist, sondern er geht ja direkt von Holt aus, weil die sich ja dort treffen. Beziehungsweise Holt wird da hin. Und Aspektor kann nicht tot sein, weil der will ja nicht auf seine Pension verzichten. Sagt er ja auch noch. Also wir haben jetzt in der nächsten Szene, Sunny setzt Nora bei der Blindenanstalt ab. Der Reverend empfängt sie, sagt ihr auch, dass der Förtner nicht da ist, der hat heute Freigang. Und Nora erzählt den Reverend, weil der ja so wunderbar vertraut wird, erstmal alles, also wirklich alles von dem Fall. Dass Holt bei der Greenwich gerade ist, dass Sunny dort auf dem Weg hin ist, dass dort eine Leiche gefunden wurde. Und der Referent meint ja, ja, das muss ja so stressig sein, komm, setz dich erstmal hin und trink mal einen Tee. Und schön, dass du mir vertraust. Ja. Aber hauptsache erstmal alles erzählen. Genau, und dann wechseln wir eben zu Chad rüber, wo, ich meine, es ist der Chefinspektor, der eine Farnung rausschickt und auch ziemlich sauer ist, dass er von Holt's Geheimaktion nichts wusste. Genau, und dann kriegt Sunny den ganzen Ärger ab, obwohl der ja damit gar nichts zu tun hatte. Genau, und dann ist da eben noch, also Polizeiwerkelz so im Hintergrund rum und durchsucht das Büro und einer der Jenkins findet einen Geheimsafe. Habt ihr die Stimme erkannt? Nein. Von Joachim Wolf. Für die drei Fragezeichenhörer, das ist aus dem sprechenden Totenkopf der Gulliver oder aus Flucht des Rubins der Mr. Driggins. Der Joachim Wolf, so schaut der aus. Also ich hab die Stimme jetzt nicht ganz... Ja, er sagt nur zwei Sätze. Ja, ja. Aber ich fand's halt einfach mal schön, so ein Bild zu dieser Stimme zu kriegen. Schnitt ins Blindenheim. Das war so echt so der Killer. Elegante Überleitung von unserem Moderator Mats. Ja. Ähm, wir sehen dann halt Nora Ward allein in ihrem Zimmer und sie will sich dann ja tatsächlich schlafen legen, will sich, also sie geht dann vor den Spiegel, will sich eigentlich ausziehen und dann sehen wir, wie sich im Hintergrund ein Jesuskreuz so ein bisschen dreht, das an der Wand befestigt ist und so ein Guckloch offenbart. Und dann kommt halt diese creepy Stimme, ja, zieh dich ruhig aus, mach weiter. Also es ist wie der Alfred Vorreiter widerspricht. Okay. Ähm, du hast dann auch noch diese Szene aus diesem Guckloch. Ähm, diese, ah, diese Nas-Szenen, die teilweise gehen die mir echt auf den Keks in diesem Film. Und Nora hat den Verdacht, dass es der Förtner ist, weil der ja der Einzige ist, der sehen kann. Und da ist sie ja auch noch so überheblich, so. Ja. Was ich mich aber frage in der Szene, weil der Förtner kommt dann zur Tür rein, fragt, was hier los ist und Nora schmeißt ihnen direkt die ganzen Thesen an den Kopf, dass er hier der Oberbösewicht ist und so. Ähm, und dass er gerade mit ihr durch dieses Guckloch geredet hat, der geht, anstatt da irgendwie darauf einzugehen, da sagt er gar nichts mehr, geht er zum Guckloch gut rein und wird direkt erschossen. Ins Auge geschossen, Alter, das ist doch auch. Also das ist, glaube ich, einer der brutalsten Morde, oder? Der fand ich von Jack schlimmer mit den sieben Schüssen ins Gesicht. Ich erinnere an den Frosch mit der Maske, wo der Frosch hier die von, von der, von der Lolita-Bar mit der Uzi oder so erschießt. Oh Mann, naja, aber dann kommt halt der, der Oberbösewicht und entpuppt sich, der Reverend kommt ins Zimmer. Sie, ja, ich. Und er ist gar nicht blind. Also der Reverend ist niemand anderes als der totgeglaubte Bruder David Judd. Ja. Und, ähm, habt ihr euch diese Kontaktlinsen an? Guckt, ey, das sieht aus wie, wie Porzellan, was er sich da aus dem Auge holt. Ja. Ja, es, es, es klirrt auch so ein bisschen, als er es in der Hand hat. Und, äh, ich fand auch wieder die Idee dahinter, was der Reverend mit Nora vorhat, erst mal heiraten. Ja, was haben sie mit mir vor? Ach, nichts Schlimmes. Ich werde sie heiraten. Aber heiraten ist doch schlimm. Und dann, und dann kommt, dann wird über eine halbe Million Dollar gesprochen, die in Kanada bereit liegen. Wo kommt jetzt die halbe Million Dollar her? Weil das Versicherungsgeld ist nur 100.000. Werte ja auch gesagt. Ja, aber das sind 100.000 Pfund, oder? Ja, aber das ist, das ist die Versicherungssumme. Aber das... Na, vielleicht ist der Wechselkurs so komisch. Ja, aber der Mann ist doch Millionär. Und dann ist es nur eine halbe Million Dollar? Vielleicht sind es alle Versicherungssummen zusammen. Kannst du auch haben. Egal. Ähm, ich, dann... Nora schnappt sich, was ist das, äh, ein Etree-Kasten oder so, oder so ein... So ein Hocker? Fußableger? So ein Hocker, ja, so ein Hocker, ne? So ein Schemel. Oder vielleicht ist es der Gebetsschemel? Quasi, Kniebank? Kannst du auch haben. Und sie wirft danach nach David Judd. Und was trifft sie? Den Spiegel? Und was entpuppt sich dahinter? Natürlich, ein Geheimgang! So. Und sie will ja auch flüchten und eröffnet eine Tür, das ist kurz vorher, hinter der aber eine Mauer ist. Das Fenster ist noch aufgemalt. Das... Das siehst du auch richtig... Ja, das siehst du auch richtig, wie sie läuft dagegen und die wackelt. Und der Reverend, also David Judd guckt ja aus so richtigen Händen und will so, du kommst nur nicht raus. Ja, aber sie flüchtet dann halt durch diesen ungewollt aufgedeckten Geheimgang und da kommt sie dann in diesen stillgelegten Wäschereibetrieb, also die Blossom Lane 27, und dort findet sie Holt gefesselt. Ja, aber auch, ich fand das auch geil, ey, sie läuft da so einen Ganglängs, also das ist ja Kellergewölbe, also sie läuft ja von Keller 25 direkt über zu 27. Und da trifft sie direkt Holt, der da einfach da so steht, gefesselt. Und so, was ist denn jetzt los? Ja, der Reverend folgt ihr dann natürlich und dann hat er einen Flammenwerfer. Ja! Womit er sie dann in einen Wassertank drängt. Und er will halt... Ja, oder er will, glaube ich, erst Holt irgendwie anfeuern und sie dadurch... Der will Holt anfeuern! Und sie dadurch eben dazu bringen, das Testament zu unterschreiben. Ja, genau. Also, und in diesem Testament vermacht sie ihr Vermögen ja dem Blindenheim. Und das Thema Heiraten ist direkt schon wieder vom Tisch. Also, fünf Minuten vor hieß es noch, dickfett, wir heiraten. Und jetzt so, ja, komm, ich fackel dich ab. Verbrannte Leichen sehen ja so hässlich aus, sagt er ja auch noch. Mit einem Flammenwerfer, ey. Mit einem Flammenwerfer. Ja, und jetzt habe ich eine Frage. Er steckt sie ja in den Waschkessel und währenddessen ertönt Beethovens Fünfte wieder. Und David Judd spricht dann von mir, ja, mein Bruder timet wieder alles richtig. Und dann taucht von dieser Wendeltreppe Steven Judd auf. Ja, genau. Und der gibt erst mal die Waffe zurück an Holt und sagt, ja, ist leer. Aber erst die Waffe zurückgeben. Was ich noch sagen wollte, ich habe ja vorhin mal angemerkt, dass ich Karin Bahl als Nora Ward sehr sympathisch finde. Aber in der Szene überzeugt sie mich nicht. Vor allem, als sie dann im Wassertank ist und einfach nur rumschreit. Larry! Larry! So richtig deutsch. Deutsch betont. Das war dann, ja, das fand ich nicht so gut gespielt. Nee, echt nicht. Na gut, aber wir haben dann ja noch mal eine kurze Zwischenszene. Wieder bei der Greenwich Assurance. Und da sitzt jetzt halt Harvey zusammen mit so einem random Polizisten, der auch seinen ersten Auftritt hat. Und der erzählt ihm halt, dass Steven Judd der Besitzer des Blindenheims ist. Wird wahrscheinlich aus diesen Dokumenten des Geheimsafes ersichtlich. Und es wird auch aufgedeckt, dass die Blossom Lane halt ein Wäscherei betrieb war, bevor die stillgelegt wurde. Aber auch gelassen, dieser Buchprüfer, dass er sagt von wegen, ey, Harvey, weißt du eigentlich, dass das hier das Gelände der Greenwich gehört? Ja, steht hier im Buch. So richtig gelassen, ey. Ja, voll. Und dann zählt Sunny halt wieder eins und eins zusammen und macht sich mit der Polizei halt auf. Ja, der stürzt ja auf den Chefinspektor und sagt, ja, Blossom Lane 27! Attacke! Ja. Und dann geht der Schnitt zurück in die Blossom Lane 27, kann dann seine Fesseln lösen und macht dann mal eben hier eins gegen zwei gegen David und Steven Judd. Kann beide überwältigen. Auch der epische Kampf zwischen ihm und David, Flammenwerfer gegen Holzlöffel. Das ist ein Kochlöffel für mich gewesen. Und dann frage ich mir diese Szene, warum ist keiner bewaffnet außer mit einem Flammenwerfer und einem Kochlöffel? Ja, der ist so unrealistisch, dieser Kampf. Also, weil Holt ist ja eigentlich auch nicht so der Kämpfer von der Statur, vom Typ her. Und dass er die beiden anderen da einfach so K.O. schlagen kann. Also, Blacky kann ja, der kann ja Karate. Also, der ist ja wirklich, beziehungsweise, ne, Judo kann er. Ne, Judo oder Karate? Eins von den beiden. Egal, ist ja bald dasselbe Gefühl. Ähm. Tarzan kann doch Judo. Ich kenn keinen TKG. Was ist das? Dieses, was ist das? TKG kenn ich nicht. Ja, aber irgendwie schon, also, dass weder David noch Steven Judd bewaffnet sind, ist schon irgendwie blöd für die beiden. Und, äh, Steven Judd, der werft ja auch einmal kurz so irgendwas nach, ähm, nachholt. Das ist ja quasi das Einzige, was er macht. Ja, äh, wobei ich mich ja frage, eigentlich ist David doch bewaffnet, weil er doch in der Szene vorhatte noch den Förtner ans Gesicht geschossen. Stimmt. Das stimmt, ja. Ja, komisch. Aber vielleicht wollte er ihn nicht erschießen. Er wollte den cooleren Tod mit dem Flammenwerfer. Ja, ich fucke nicht ab. Naja, auf jeden Fall kann, ähm, Holt dann Nora retten. Die Polizei kommt auch in dem Moment in der Blossom Lane 27 an und bricht das Tor auf. Ähm, Steven Judd versucht nochmal einen letzten Angriff, aber in dem Moment ist dann Sunny am Start und mit einem gezielten Schuss kann er dann, äh, ja, Nora und Holt auch davor bewahren. Ja, weil Sunny ist, äh, der beste, der beste Schütze von ganz England. Er hat drei Goldmedaillen entschießen. Äh. Und dann kommt so eine richtig geile Szene. Also, alle sind happy, alle befreit und so. Und dann kommt so ein, ja, wer ist das? Der Beifahrer vom Auto, also der Beifahrer von Sunny. Weil Sunny fährt ja in der Szene ja auch durch, durch dieses, durch diesen Holzzaun und knallt erst mal voll mit dem Auto gegen die Wand vom Haus. Das sieht man ja auch in dieser Szene. Ich weiß nicht, ob das Absicht war. Oder ob da wirklich, ich sag mal, Eddie Arendt einen Bums gebaut hat. Weil du siehst ja richtig, wie das Auto gegen die, gegen die Hauswand knallt. Eddie, du solltest bremsen. Ach so. Sorry, Chef. Meiner. Zahl ich, außer Polo-Kasse. Und der Polizist bringt Sunny erst mal wieder sein Strickzeug und der macht Sunny den erst mal so richtig hinlang. Ich hab mich richtig amüsiert gefühlt. So genial. Jetzt machen sie mal Mund zu. Gibt keine bessere Methode, um eine sichere Hand zu bewahren, als zwei rechts, zwei links. Gute Nacht. Ja, und dann haben wir den Epilog, das süße Ende. Nora und Holt sind jetzt offensichtlich verlobt, weil Sunny den beiden Pullover schenkt. Rosa für die Dame, hellblau für den Herrn. Und Sir John kommt dann ja auch nochmal und gratuliert den beiden zur Verlobung. Holt wird in der kommenden Woche safe oder relativ sicher zum Chefinspektor ernannt. Sunny wird zum Inspektor genannt. Und Sunny sagt dann ja, oh, das kommt unerwartet. Ja, natürlich. Fällt über ein Schild aus der Melone und alle gucken sich das Schild an, lachen nur. Und dann wird am Ende für die Zuschauerinnen und Zuschauer das Schild auch nochmal gezeigt, wo er bereits als Inspektor vorgestellt wird. Ende. Er hat uns vorbereitet. Gott, ey. Ja. Puh. Also. Ja, keine Ahnung. Haben wir auch wieder geschafft. Ende gut, alles gut. Das waren die Toten Augen von London. Und wie immer haben wir... Gute Nacht. Schönen Abend noch. Nein. Wie immer haben wir nach dem Film noch unsere Rubriken. Charakter des Films, Zitat des Films und unser Fazit. Und wir starten mit dem Charakter des Films. Und da würde ich heute Fabian einmal bitten zu starten. Also. Mein Charakter des Films ist tatsächlich Eddie Aaron als Sunny. Einfach Grund dessen, weil der sich über den Film komplett gewandelt hat. Weil er war zum Anfang, ich sag mal, ein bisschen schüchtern, zurückhaltend, ein bisschen witzelnd. Hat aber trotzdem gute Arbeit geleistet. Und zum Ende hin hat er sich ja komplett gewandelt und macht ja sogar, ich sag mal, so einen Bobby lang, der ihm nur das Strickzeug vorbeibringen will. Und setzt ja auch den perfekten Schuss, um Steven Judd zu entwaffnen, der ja nochmal versucht, Holt anzugreifen. Und Grund dessen wird ja auch dann Sunny befördert, so ein Spektor. Und auch die Leistung von Eddie Aaron, diesen Sunny, ich sag mal, Leben einzuhauchen, ist echt grandios gespielt. Auch mit den ganzen Gags und dieses Überfröhliche und Zuvorkommende. Auch wie er mit Nora, ja, die Beziehung zu Nora, es ist ja wirklich direkt schon von Anfang an sehr freundschaftlich zwischen den beiden. Und ich glaube, dass nach diesem Film sind ja Holt und Nora ja zusammen. Und ich denke mal, dass Nora und Sunny sich zum Fünf-Uhr-Tee treffen und über die Zeit der Herr reden. Und so bekommt er dann doch noch seinen Tee. Und so, am Ende bekommt er doch noch seinen Tee, genau. Das ist alles, was er wollte. Nein, ich find Eddie Aaron in dieser Rolle echt richtig gut gespielt. Also wirklich grandios. Man merkt richtig den Wechsel vom Sunny. Ja, wir haben ja auch beim Frosch mit der Maske noch gesagt, dass, ja, Eddie Aaron ist ja ganz okay. Aber so richtig kommt da das, wofür man ihn liebt, nicht so wirklich rüber. Hier geh ich auf jeden Fall mit. Es ist, ja, es ist einfach richtig gut, wie er das macht. Ist das dann auch dein Charakter? Nee. Ich geb mal mein Zepter weiter an Silvia. Ach so. Ja, weil ich würde mich nämlich anschließen. Für mich ist es auch Sunny hauptsächlich wegen des Humors, weil er einfach so einen, ja, sehr charmanten, irgendwie knuffigen Humor reinbringt. Er ist auch, finde ich, so der Einzige, der Humor in den Filmen bringt. Dass es in anderen ja mehr, dass es unterschiedliche Leute sind, die da Humor reinbringen. Aber er ist jetzt nicht nur der, der die Gags liefert, sondern ermittelt eben auch recht intelligent. Und also gerade eben zum Schluss, wie du schon gesagt hast. Und ich finde es auch einfach gut, wie stark er zeigt, was er von anderen hält. Also, es ist ganz klar, dass er mit Flimmerfred nicht kann. Also, als der diesen Kuchen bringt, ist es recht eindeutig, was er von ihm hält. Von dem Steinmetz oder Handwerker dafür, dass er sich recht beleidigt. Aber von Nora ist er sehr begeistert. Also, dass er so offen seine Emotionen zeigt, das finde ich halt auch sehr interessant. Weil die anderen Charaktere, also da komme ich dann noch dazu, die haben für mich jetzt weniger Tiefe als er. Man muss dazu ja auch sagen, das fällt mir jetzt gerade so ein, in gewisser Weise ist das ja auch eine fortschrittliche männliche Figur. Weil Männer ja in der stereotypischen Sicht eigentlich keine Emotionen zeigen und einfach hart und eiskalt sind. Und er ist ja so das genaue Gegenteil davon. Ja, und die würden auch nicht stricken. Also, dass Männer stricken, das kam ja erst so, keine Ahnung, vor zehn Jahren oder so auf. Also, er verkörpert den anderen Mann in diesem Film. Weil du hast ja halt Joachim Fuchsbeuger, der den coolen, gelassenen Inspektor hast. Und dann hast du halt diesen, ja, schüchternen, der soll ja auch stricken, weil er Probleme mit den Nerven hat. Also, in gewisser Weise schon eine progressive Figur. Also, ich muss auch sagen, um mal auf meinen Charakter des Films zu sprechen, zu kommen. Sunny war auf jeden Fall mit im Rennen, aber ich habe mich dann doch für Inspektor Holt, beziehungsweise Joachim Fuchsbeuger entschieden. Ach, komm schon! Ja, sorry. Den darfst du aber nur einmal in der kompletten Serie nehmen. Okay, dann ziehe ich jetzt einmal meine Joachim Fuchsbeuger-Karte. Ich habe sechs Zylinder, ich gewinne. Also, ich habe das ja vorhin schon gesagt. Ich habe so einen kleinen Crush auf Joachim Fuchsbeuger. Ich finde den unfassbar attraktiv. Und davon unabhängig, so wie er den Inspektor Holt spielt, stelle ich mir einfach einen typischen Wallace-Inspektor vor. Also, sehr klug, super lässig, trockener Humor und einfach toll gespielt. Dem will ich gar nicht mehr hinzufügen. Hat mir einfach total gefallen. Das sind unsere Charaktere des Films. Dann kommen wir jetzt nochmal zum Zitat des Films. Silvia, was ist dein Zitat? Ich bin mir immer noch nicht einig darüber, weil ich fand es bei diesem Film dermaßen schwer, da ein Zitat rauszufiltern. Weil ich da, also für mich waren wenige Sätze irgendwie ikonisch. Das ist bei anderen Filmen irgendwie stärker. Es ist hier ganz viel irgendwie durchs Bild erklärt oder einfach viel Ermittlungsarbeit. Ich entscheide mich jetzt mal für Sunny, der sagt, ich bitte sie herzlichst, meine begreifliche Verwirrung gütigst nachsehen zu wollen. Ja. Weil ich einfach so ein Faible habe für die deutsche Sprache. Und vielleicht kann ich diesen Satz noch ein paar Mal üben und dann kann ich den mal zitieren. Dann wärst du auch richtig schief angeguckt, wenn du das von dir gibst. Aber wenn den jemand erkennt, dann feiere ich die Person mit. Ja, dann willst du den direkt heiraten, ne? Ach, naja, zum Tee trinken einladen. Uh! Okay, Fabian, was ist dein Zitat des Films? Ich bin gespannt. Also ich hab tatsächlich relativ schnell mein Zitat des Films gefunden. Für mich ist das der Spruch vom Reverent in der Szene, wo Nora wieder in die Blindenanstalt kommt und wo Lunaris vermisst wird. Da wird jetzt kurz darauf eingegangen, dass der Nebel ja sehr dicht ist und ähm ... Sorry, Fabian. Nein, ich wollte jetzt nicht auf die Szene vom Wichser drauf schießen, sondern der Reverent antwortet, also David Judd antwortet einfach, ja, ja, man kann ihn geradezu riechen. Und in diesem Film wird so krass mit diesem Nebel gespielt und auch mit Lichteffekten, et cetera, et cetera. Das ist echt grandios umgesetzt, wie man auch halt, was wir ja schon besprochen hatten, wie man den Blinden Jack in Szene gesetzt hat. Und diese nebligen Nächte, die kommt ja schon echt gruselig rüber, besonders halt die Anfangsszene. Du hast diese neblige Nacht, ähm, du hast nur spärlich Licht durch die Beleuchtung von den Straßenlaternen. Und ganz ehrlich, ich find's so unfassbar gut umgesetzt mit dem Nebel, auch mit der Szene auf dem Friedhof. Da war ja auch komplett alles neblig, weil du siehst ja nur diesen Meister, ein paar Grabsteine und wieder runterherum ist wieder komplett Nebel. Also der Nebel hat wirklich echt auch eine Rolle in diesem Film, würd ich sagen. Ja, und, ähm, mit dem Riechen kommt ja auch noch ein weiterer Sinn dazu, ne? Richtig. Okay, ja, unerwartet. Ich hätte mit was ganz anderem bei dir gerechnet. Du hättest wahrscheinlich wieder irgendwas Komuniantisches von mir erwartet, ne? Ja, 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 ja. Du überraschst mich immer wieder. Ich kenn dich auch leider nur ein paar Jährchen länger. Ja, ich glaub, mein Zitat des Films wird auch überraschend kommen, ähm, aber ich fand diesen Spruch schon beim ersten Schauen des Films so prägnant. Und zwar in der Szene in, äh, in der Bar, wo Flimmerfred und Strauß sich unterhalten und Flimmerfred ihn unterbricht. Da sagt er ja als erstes sowas von wegen, ja, hier, spielen Sie ruhig weiter, Streuschen, äh, wer Bewährung hat, muss sich auch bewähren. Und dann sagt Flimmerfred zu Strauß, das fehlte noch, dass sie mir die Pointe klauen. Und ich, ich dachte... Den hab ich nicht verstanden. Ja, ich glaub einfach, dass er da... Deswegen hab ich mir den Satz auch als Zitat des Films ausgewählt, ähm, weil Flimmerfred da ganz eindeutig drauf hinaus will, dass, ähm, er gerne das letzte Wort hat. Und, äh, da seh ich mich manchmal auch, äh, und diesen Satz werd ich mir auf jeden Fall merken, weil ich den einfach schön formuliert finde. Ah. Gut, das waren unsere Zitate des Films. Unterschiedliche Zitate auf jeden Fall. Ist ja auch mal gut. Bevor wir jetzt zum Fazit kommen, können wir noch mal kurz über die Unterschiede vom Buch zum Film sprechen. Silvia, du hast ja das Buch gelesen. Ja, es sind schon einige Unterschiede, vor allem was die Charakterisierung der Personen angeht, äh, und das hat eben auch mit dem Inhalt dann zu tun, also, ähm, der Gordon Stewart ist viel zentraler in dem, äh, im Buch. Also, er ist so der, der hauptsächliche Mord, um den es geht, äh, er ist auch direkt schon, ich glaub im ersten oder zweiten Kapitel, geht schon um seinen Mord, also er lebt nie im Buch, quasi. Ja. Ähm, und die anderen Morde werden zwar erwähnt, dass es die gab, aber, ähm, kommen jetzt nicht so richtig vor, da werden nicht ermittelt. Und auch die Miss Ward ist viel zentraler, auf die werden nämlich mehrfach Anschläge verübt, ähm, sie wird auch eben mal entführt, eben in dieser Szene, wo Jack dann, äh, dieses, äh, Bücherregal betritt und wieder verlässt. Ähm, das heißt, da ist schon viel früher klar, irgendwie, es geht um sie, ähm, die spielt da irgendwie eine Rolle mit in dem ganzen Ding. Und auch auf Larry, äh, Holt werden, äh, Anschläge verübt und zwar eben dieser, dieser Fahrstuhlanschlag, der im Film auf Limmerfred verübt wird. Der wird eben da, äh, auf Larry verübt, der da aber irgendwie dann rauskommt. Das habe ich im Buch nicht so ganz verstanden. Wie er sich da retten kann, wird nicht so richtig erklärt. Doch, 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 wird bestimmt, doch, 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 der schwingt. Von der Stamme macht einen Flickflack und landet wieder da, wo er eigentlich vorher stand. Ach so, ja, ja, ja. Also, das muss man doch wissen. Also, wirklich. Ja, äh, was auch im Buch deutlicher wird, ist die Beziehung zwischen Larry Holt und, äh, der Miss Ward, die im Buch Diana heißt. Da wird einfach schon direkt, aber der ersten Szene ist klar, okay, die, die wollen irgendwie was voneinander. Nachdem, äh, sie, nein, äh, nachdem auf sie ein Anschlag verübt wurde, nimmt er sie dann gleich bei sich zu Hause auf und lässt sie pflegen. Und bei ungefähr zwei Drittel des Buchs gibt es dann auch den Heiratsantrag. Also, das ist alles irgendwie viel früher schon dran und viel mehr in der Geschichte drin. Im Film ist es ja eher so zwischendurch nebenbei am Ende. Ähm, dann kann man noch sagen, dass das, das Scotland Yard, äh, durchaus besser ermittelt. Also, die wissen schon früher, dass es Zwillinge gibt. Ähm, und die Miss Ward erkennt auch, dass der Dearborn nicht blind ist, weil sie ja in einem Blindenheim gearbeitet hat und dadurch weiß, wie sich blinde Menschen verhalten und dass die zum Beispiel einen Handschlag nicht erkennen können, sondern ja immer erst die Hand reichen und der Sehende ergreift die Hand. Und das macht der Dearborn eben mal falsch. Ah, okay. Und dadurch erkennt sie eben, ähm, und äußert auch, dass da irgendwas mit ihm nicht stimmt. Das heißt, der ist schon viel früher verdächtig. Und im Film ist es ja, finde ich zumindest, nicht so, dass man irgendwann mal erkennt, dass der nicht blind sein könnte. Also, wir haben ja schon gesagt, die Blindheit ist immer sehr gut gespielt von den Schauspielern. Und wie schon gesagt, sie weiß eben, dass sie die Tochter von Stuart ist, aber verschweigt es eben erst mal. Was auch noch ein Unterschied ist oder noch deutlicher dargestellt wird, ist die Beziehung der Brüder Judd und Dearborn oder der beiden Judds. Die ist viel intensiver dargestellt auch, also die sind einfach sehr dicke, die hatten sonst keine Beziehungen oder so. Also, ähm, David stirbt auch durch Larry am Ende und auch der Steven Judd, der stirbt auch am Schluss. Der erklärt noch Larry, was denn genau der Plan hinter dem Ganzen war und wird dann im allerletzten Satz quasi hingerichtet. Und diese Sache ist wohl in einigen Buchausgaben auch gekürzt worden, habe ich nachgelesen. In meiner ist sie jetzt wieder drin, aber das wollte man dann wohl manchen Lesern irgendwie nicht zumuten. Keine Ahnung. Das ist ja wie beim Film, also in der TV-Strahlung, dass zum Teil die Ermordungen gekürzt sind vom blinden Jack und vom Förtner. Die sind ja auch echt brutal für damalige Verhältnisse. Ja, und das ist noch so der letzte große Unterschied, dass es im Buch weniger Morde gibt. Also ganz viele Morde wurden wohl für den Film zusätzlich hinzugefügt. Also im Film stirbt ja Lou, der überlebt im Buch. Auf dem wird aber ein Anschlag verübt, wodurch er auch noch taub ist. Also er ist dann blind und taub, wodurch halt die Kommunikation mit ihm sehr erschwert wird. Und das ist halt auch sehr tragisch beschrieben. Dann die Fanny Weldon wird ja im Film erwürgt. Im Buch wird sie auch gewürgt, aber durch Larry gerettet. Dann der Edgar Strauss stirbt ja im Film. Der lebt einfach. Ich glaube, da gibt es auch gar keinen Anschlag auf ihn. Der kommt aber auch kaum vor. Also da wurde einfach die Rolle dann sehr gepusht im Film. Der Flimmerfred, auf den wird auch ein Anschlag verübt, wo er auch irgendwie ein Schädel-Hirn-Trauma oder so erleidet. Wird aber auch gerettet. Also der überlebt ebenfalls. Im Film stirbt er eben. Jake wird ebenfalls erschossen im Buch. Eben auch durch Dearborn. Da weiß der Leser aber genau, wer der Mörder ist. Im Film weiß man das ja nicht. Genau. Und die beiden Charts, die sterben eben im Buch. Im Film weiß man es, denke ich nicht, was mit denen passiert. Also die werden halt gefangen genommen und das war es so. Das sagt ja auch, ich glaube, was mit denen passiert, sagt er Holt ja, dass der Henker von London die gerechte Strafe zuführen wird. Also finde ich aber gut, weil ich meine mich schwer zu erinnern, dass mal die Bösewichte gefangen genommen werden. In der Regel sterben die ja. Ja gut, aber wenn der Henker auf sie wartet, dann heißt das ja auch, dass sie sterben werden. Aber ich finde es gut, dass es nicht. Ja, im Film siehst du normalerweise, dass sie halt erschossen werden oder durch was anderes zu Tode kommen. Aber hier sind die ja wirklich verhaftet worden. Ja, ja. Nee, und ich finde es auch gut, dass das dann nicht mehr dargestellt wird, weil das ja dann eigentlich nicht mehr nötig ist so. Nö. Für den Film, also im Buch ist es halt ganz schön noch beschrieben, dass dann Stephen Judd mit seinem, nee, nee, weil der letzte Satz ist dann eben, ähm, wie Stephen Judd. Ich finde gut, wie du gerade gesagt hast, ich finde es, ich finde es, wie schön das beschrieben wird, wenn jemand gehängt wird oder umgebracht wird. Nein, nein, es ist eine schöne Formulierung, weil dann eben gesagt wird, dass Stephen Judd mit seinem Bruder wieder vereint ist, zwar im Tode, aber vereint. Und das ist halt dann schon irgendwie trotzdem schönes Ende, auch wenn es heißt, die sind jetzt beide tot. Also da kann man durchaus Edgar Wallace ein Kompliment machen, dass er auch solche Dinge schön formulieren kann. So viel dazu vom Buch. Ah, das ist eine ganze Menge anders im Vergleich zum Film. Ja, also von der Handlung her eben gar nicht mal so, so viel, aber eben einfach von den Charakteren her ein bisschen. Hm, dass, dass die Handlung ja kaum verändert wurde, das haben ja auch Egon Eis zu verdanken. Das hatten wir ja schon beim Frosch mit der Maske besprochen, dass der sich ja sehr nah oder versucht, sich sehr nah ans Buch zu halten von der, von der Thematik hier und von der Handlung her. Stimmt. Ist aber auch noch verständlich bei den ersten Filmen, weil da vermute ich mal eher auch die Buchleser einfach ins Kino gegangen sind. Richtig. Und die wollte man einfach nicht verschrecken, indem man dann was völlig anderes vorsetzt. Gut, und dann bin ich jetzt mal auf eure Fazits gespannt. Fabian, möchtest du einmal starten? Ja, also über die Besucherzahlen haben wir auch nicht gesprochen, weil 3,4 Millionen Menschen haben sich diesen Film angeschaut. Also es ist der dritterfolgreichste Edgar Wallace-Film, auch mit Begründung, weil die Handlung ist hervorragend umgesetzt. Im Vergleich zum Buch, was Silvia ja schon gesagt hat, haben wir auch den Drehbuch von Egon Eis zu verdanken. Und die ganze Szenerie dahinter, auch was ich schon sagte mit dem Nebel und die ganzen Lichteffekte, sind für einen Schwarz-Weiß-Film richtig gut in Szene gesetzt. Auch wenn es darum geht, den blinden Jack in Szene zu setzen, ist es wirklich grandios umgesetzt. Ich finde die Gags nicht übertrieben, wie wir das auch schon beim Gorilla von Soho hatten. Die sind einfach doll, sagen wir es mal so, die sind doll in dem Gorilla von Soho. Und hier hast du es einfach nur, ich sag mal, mit nur einer Prise, wenn halt der Sunny wieder komplett was eigentlich richtig Süßes macht. Oder ich sag mal, vergisst die Handschellen zu öffnen von Nora Watts und er hat die Schlüssel halt in seiner Melone. Es ist einfach echt ein wirklich schöner Humor. Das Ganze wird auch überschattet, also positiv überschattet vom blinden Jack, der ja, was ich auch schon sagte, für mich der beste Helfer-Helfer oder mit einer der besten Helfer-Helfer aus der Edgar-Wollis-Reihe ist, weil der auch echt gut gespielt ist. Deswegen kommt ja auch der Adi Berber auch nochmal in einem nachfolgenden Film ja auch nochmal vor. Das hat so ein bisschen für mich was vom Beißer aus James Bond. Der war ja auch so ikonisch, dass man ihn dann nochmal rangeholt hat. Das fand ich halt hier beim blinden Jack ebenso, weil es ist einfach echt gut gespielt dafür, dass der Herr Berber eigentlich nur ein Catcher war und aufgrund seiner Statur und seines Aussehens zum Film gekommen ist. Also ich kann mir den Film immer wieder anschauen. Kann ich zum Gerüller von Soho nicht sagen. Also wirklich, der Film ist echt gut gedreht. Über den Flair, dass das in London spielt, kann man streiten. Ich fand ihn gut überrübergebracht, besonders aufgrund des Nebels und der Drehorte, die ja in Hamburg waren. Also ich fühlte mich wirklich sehr, sehr gut unterhalten. Und ich kann den Film wirklich zum Einstieg in die Edgar-Wollis-Reihe als ersten Film echt gut empfehlen. Silvia, wie ist dein Fazit? Ja, also ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, dass mir Filme gefallen, in denen man mitraten kann. Also vor allem, wenn sie halt in die Krimi-Richtung gehen. Und das finde ich in dem Fall wirklich gut gemacht, weil es einfach sehr viele Verdächtige gibt und man recht lang nicht weiß, wer ist es denn nun eigentlich? Also ist es der Strauß, ist es der Pförtner, dann gibt es da irgendwie noch Flimmerfred, Fanny Welton, die irgendwie nach und nach ausscheiden. Und das finde ich auch besser gemacht als im Buch, weil da ist es halt einfach viel früher klar, wer jetzt hinter den ganzen Morden und so weiter steckt. Aber ich habe ein Problem damit, dass es einfach sehr viele Personen sind. Also wir sind ja am Anfang überhaupt nicht auf alle Schauspieler eingegangen und man hätte auch, denke ich mal, manche Charaktere zusammenlegen können. Also zum Beispiel eben Sir John und den Chefinspektor braucht man nicht beide. Dann gibt es so viele Polizisten und Buchprüfer und noch den Mr. Jones. In anderen Filmen wäre das auch irgendwie alles eine Person geworden. Hätte ich jetzt auch nicht schlimm gefunden, wenn da einfach ein bisschen weniger Menschen durchs Bild laufen würden. Und dafür hätte man halt einfach den Personen mehr Tiefe geben können. Zum Beispiel nehme ich auch dem Larry Holt und der Nora Ward irgendwie ihre Beziehung nicht richtig ab. Also für mich kommt es dann irgendwann zu plötzlich, als Larry Holt meint, ja, sie können ja schon mal anfangen zu stricken und am besten gleich beide Farben. Also wenn Sunny da nicht helfen würde und immer diese Hints geben würde, dass da doch was läuft, dann würde das überhaupt nicht auffallen, finde ich. Weil ich finde, Sunny steht halt auch irgendwie auf die Nora. Also das fehlt mir einfach in dem Film, dass da die Charaktere einfach ein bisschen mehr Tiefe kriegen würden. Und für mich sind es auch zu viele Morde. Also ich finde den Film recht brutal einfach und man merkt ja auch am Buch, die Morde wären gar nicht alle nötig gewesen. Also man hätte ja auch die Nebenverdächtigen anderweitig aus dem Weg schaffen können. Der Film hat halt einfach mehr Horror als die anderen der Serie. Der hat dann vielleicht die Serie auf ein anderes Horrorniveau quasi gehoben. Aber positiv wiederum, der Sunny lockert halt einfach das Ganze dann wieder auf, schafft da irgendwie so ein Gegenpol. Er ist aber halt auch der Einzige, der das so richtig macht. Sehr loben muss ich die Musik, also allein diese Idee, Beethovens Fünfte da so einzusetzen. Und das ist auch einfach super umgesetzt. Heißt, wie dann der Ton sich ändert, je nachdem, wo gerade die Kamera ist. Noch eine kleine Empfehlung, wer mit Beethoven wenig anfangen kann. Günter Koch, der Fußballkommentator, hat mal Beethovens Fünfte live kommentiert mit was, wie, wo musikalisch passiert. Das ist grandios, das kann ich gerne in die Shownotes packen. Wer mal irgendwie mit Beethoven ein bisschen wärmer werden will in einer Fußballart. Mach ihn rein, mach ihn rein. Ja, ja, und dann kommt der Hornist aus dem Hintergrund und er verwandelt ihn. Und ja, das ist super. Oh Gott. Nee, das ist eigentlich gut. Genau, zusammenfassend, die Ermittlungen finde ich super nachvollziehbar und logisch. Und der Zuschauer kann eben mitermitteln, ohne dass irgendwie alles noch tausendfach erklärt wird. Tolle Bilder, tolle Ideen, tolle Schauspieler. Gerne nochmal. Mats, du bist dran. Ja, ich kann dem gar nicht mehr so viel hinzufügen, fürchte ich. Deswegen versuche ich, mich einfach kurz zu fassen. Ich schließe mich meinen Vorrednern an. Ja, was wir gesagt haben. Ich habe ja beim Gorilla von Soho noch so ein Kompliment-Sandwich gemacht, einfach damit ich dem Film irgendwas Gutes abgewinnen konnte. Das ist jetzt hier gar nicht nötig, weil ich fast gar keine negativen Aspekte mehr aufgeschrieben habe. Also ich finde, die Geschichte ist super erzählt. Wenige Plot-Holz. Wir haben ja so ein bisschen darüber gesprochen, aber das fällt für mich jetzt nicht so schwer ins Gewicht. Ich finde, wir haben mit Joachim Fuchsberger, Eddie Ahren und Karin Ball drei tolle HauptdarstellerInnen. Und auch coole Nebenfiguren. Besonders will ich da den Blinden Jack nochmal hervorheben. Adi Berber hat Fabian ja auch schon genug drüber gesprochen. Großartig. Und auch wie eben mit der Blindheit des Blinden Jack gespielt wird, mit diesen akustischen Signalen und sowas, finde ich total gut. Ich finde, Flimmerfred auch eine coole Persönlichkeit, gibt dem Film dann nochmal so eine weitere zwielichtige Gestalt. Ich finde, dass die Gruselszenen auch heute noch sehr, sehr gut funktionieren und spannend sind. Also zum Beispiel der Prolog oder die Szene in der Wohnung von Mr. Stewart. Da habe ich selber auch noch so eine gewisse Spannung empfunden. Und ich möchte auch nochmal die Kameraarbeit loben. Da sind ein paar richtig coole Ideen dabei. Zum Beispiel, wo Holt gegen Ende des Films im Büro von Mr. Judd ist und da eben auf ihn gefilmt wird, als würde man aus der Sicht des ihn Angreifenden das sehen. Ich finde, dass das London Feeling jetzt nicht so wirklich rüberkommt. Fabian meinte ja, dass er sich da gut abgeholt gefühlt hat. Ich eher nicht so. Also diese paar Archivaufnahmen bringen mich dann nicht nach London. Und was mich auch so ein bisschen stört, ist das Ende des Films. Weil es ist so klischeebehaftet. Holt ist am Ende der Held des Tages. Der beweist sich zwei gegen eins. Ist großartiger Kämpfer. Schlägt alle. Und natürlich muss er Nora retten, damit diese Liebesgeschichte halt abgerundet wird. Und da gebe ich Silvia auch recht, dass er dann doch nicht so viel Tiefe am Ende hat und diese Liebesgeschichte nicht so richtig aufgeht. Auch wenn er mein Charakter des Films ist. Aber das hat mir nicht gefallen, dass da am Ende so doch dieses stereotypische Bild rüberkommt. Aber gut, das haben wir ja in den meisten Wallace-Filmen so zusammengefasst. Also super Film. Hat mir richtig gut gefallen. Das Remake hätte es nicht gebraucht. Und ich gebe auch Fabian recht. Also es gibt so ein paar Leute in meinem Freundeskreis, die noch keinen Edgar-Wallace-Film kennen. Was? Ja, so. Und wenn ich da mal die Gelegenheit habe, denen was zu zeigen, würde ich diesen Film wählen. Auf jeden Fall. Und natürlich unseren Podcast. Und natürlich unseren Podcast begleitend dazu. Na klar. Das waren unsere Fazits, die ja relativ homogen ausgefallen sind. Und was jetzt noch übrig bleibt zum Ende der Besprechung, ist natürlich, dass wir klären müssen, welchen Film wir als nächstes besprechen. Dafür haben wir ja unseren Zufallsgenerator. Und da wir dieses Mal einen Schwarz-Weiß-Film besprochen haben, wird Fabian jetzt einmal für uns auslosen, welchen Farbfilm wir in Folge 4 besprechen. Ja, ich habe auch schon den Zufallsgenerator rausgeholt. Ich habe ihn entstaubt, weil wir das letzte Mal ihn nicht gebraucht haben. Er war auch ein bisschen sauer deswegen. Ich schmeiße ihn jetzt an. Hoffentlich funktioniert er dann noch. Ja, mal gucken. Mal gucken, ob er hier irgendwas, ob er mit sich reden lässt heute. So, ich lasse mal laufen. Und das Geheimnis der Weißen Nonne. Alles klar. Dann steht fest, in Folge 4 von Edgar Wallace, seine Nachbarn, werden wir das Geheimnis der Weißen Nonne besprechen. Und das war es dann auch. Ich hoffe, dass euch diese Filmbesprechung gefallen hat. Wenn ihr Kommentare, Anmerkungen, Feedback, Fragen, was auch immer habt, könnt ihr gleich in unserem Disclaimer hören, auf welchen Wegen ihr uns schreiben könnt. Und bis dahin trinke ich jetzt noch meinen letzten Schluck Whisky und ich verabschiede mich. Bis dann. Tschüss. 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 Dieser Podcast ist ein reines Hobbyprojekt und steht in keiner Verbindung zu den Produzenten dieser Filmserie. Alle Rechte sind den ausführenden Firmen und Personen vorbehalten. Folgt uns gerne bei Twitter unter seine-nachbarn, bei YouTube unter seinen Nachbarn auseinandergeschrieben oder bei Instagram und Facebook unter seinen Nachbarn zusammengeschrieben. Lasst gerne über diese Kanäle auch Kritik, Informationen und Anregungen da. Vielen Dank fürs Zuhören.